Schön aus, aber müssen wir durch, ne? Was soll der Geiz? Ich guck grad noch, ob irgendwo eine versteckt ist, aber ne, alles, alles beim Alten. Alles beim Alten. Killer Massa, 17 Monate und Pilgur mit 22, vielen, vielen Dank vorne. Ich kann die Xavios Schultern bald im Schwarzmarkt Auktionshaus kaufen. Ja, da gibt man dann gerne das Geld auch so ein bisschen aus, ne? Wobei natürlich fraglich ist, wie hoch die Preise dafür sein werden. Gerade die Schultern, gerade auch die von Garros, ja. Mal gucken, Schwarzmarkt Auktionshaus wird neu bestückt mit vielen, vielen schönen, neuen Items. Heute mal freihändig auf dem Mount, so sieht's aus, ne? Wenn man die Hände frei hat, dann können die auch gleich woanders wieder eingesetzt werden. Wir kennen und schätzen das natürlich, ne? Tricks, hallöchen, gerade einkaufen gewesen und ich bin direkt auf 180. Warum steht da überall schon Spekulatius rum, ne? Lustigerweise haben wir, glaube ich, vor einem halben Monat oder so, haben wir schon die ersten Rage-Kommentare unter Supermarktposts ausgewertet, ne? Von wegen, hey, unser Weihnachtssortiment ist da und erschrieben dann Leute drunter. Genau das ist es, was unsere Gesellschaft zerstört. Ne, ich dachte immer, das wären andere Sachen, aber anscheinend sind es Weihnachts-Dekorationsartikel, ne? Crazy. Man lernt immer wieder dazu. Ja, man lernt immer dazu. Nur am Cutten, da kommt der Emo durch. Ja, ich war auch kurz davor, irgendwie so ein bisschen Billy Talent wieder aufzudrehen, ne? Billy Talent, die Band, konnte ich mir immer sehr gut merken. Man hatte ja früher dann immer alle haben Billy Talent gehört und Fahnden Leaves gesungen, bisschen abgegangen, bisschen zerrissene Jeans und so weiter, ne? Und Billy Talent konnte ich mir als Band immer ganz gut differenzierterweise merken, weil da klingen ja in dieser Ecke, müssen wir ja so ehrlich sein, da klingen ja auch immer ein bisschen gleichen. Es ist so ähnlich wie Silbermond, Juli, Juni, Rosenstolz und wie sie nicht alle heißen. Es ist alles dasselbe, ja? Nur die Frau hat immer mal eine andere Frisur. Und das war da auch so, nur bei Billy Talent war es so, da hatte ein Typ, einer von den Typen bei Billy Talent hatte eine Frisur, die sah aus wie ein Brot. Das sah aus, als hätte der sich dann beim Maskenbildner oder so, keine Ahnung, ja? Vorm Auftritt hätte der sich quasi so ein schön frisch gebackenes Brot an den Kopf getackert und dann wären da die Haare so ein bisschen drum gewickelt worden. Deswegen konnte ich Billy Talent immer so ein bisschen unterscheiden, aber ja, das war so die glorreiche, ich sag immer, Sony Ericsson-Zeit. Jeder hatte so ein Sony Ericsson-Handy, man hat sich Tante Hedwig wie auch Papa Roach irgendwie per Bluetooth in der Pause hin und her geschickt und da war auch Billy Talent mit dabei, auf jeden Fall. Der arme Streamer-Boy, wie viel sollen wir donaten, damit es dir bald wieder besser geht? Nein, das sollte ja gar kein Klagen sein, um Gottes Willen. Aber es ist manchmal witzig, ne? Also ich finde das für mich selber witzig, wo du denkst, Mensch, spielst jetzt hier WoW, verdienst hier deine Monatsmiete mit lustigen Videos und Lore-Zeug und sonst was und dann loggst du am Tag manchmal gar nicht ein, weißt du? Weil du dann nur am nacheditieren bist. So habe ich mir das auch nicht vorgestellt, weißt du? Crazy, 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 Savariri, Hallöchen und ja, Leopold, 17 Monate, vielen, vielen Dank für deinen Support. So, das war ja Dorferwüsten, ne? Da waren, glaube ich, auch so ein paar Objectives zum Zerstören, zum Einnehmen. Geil, Hallihallo, Hallöchen, werte Freunde der Leichen- und Seichenunterhaltung. Komme rein, das Erste, was höre, ist neu bestückt. Warum das? Du, weil man hört immer das, was man hören will. Na, das ist ja so ein bisschen das Ding dabei, deswegen muss ich die Frage, reflektierender, spiegelartiger Weise direkt an dich zurückwerfen. Äh, gönn dir, ja, gönn dir mies. Bevor es jetzt in die Prüfungsphasen und so weiter geht, einfach mal so ein bisschen neu bestücken. Warum denn nicht? Und warum ist das jetzt hier so exorbitant voll? Die Leute wollen mich schon wieder nur verarschen, ne? Ich denke, WoW ist tot und alle spielen Classic und dann klauen die mir hier trotzdem noch die Mobs. Freunde, da kriege ich so einen Hals. Können die nicht irgendwie, statt hier jetzt drei Stunden Weltquest zu machen, lieber auch drei Stunden zum Kloster laufen? Oder so? Können wir uns darauf nicht mal einigen? Nein, es passiert nicht. Palladium. Hallöchen. Grüße. Flüchtlinge und Weihnachtsdeko sind der Untergang der Gesellschaft. Ja, die ostdeutschen Lokalzeitungen wieder. Da haben wir schon mal eine Überschrift gefunden. Sehr gut. Sehr, sehr gute Sache. Esos Sky. Grüße dich. Hallöchen. Desomorphine auch am Stissel. Hi, hi. Wir töten gerade Trox und Koks und wie sie nicht alle heißen, ne? Vielleicht sehen wir heute sogar einen mal. Ja, vielleicht droppt ja heute mal einer. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Endlich auch mal wieder geschafft. Genau. Musbiseway gleich wieder los. Arzttermin für den Kater. Aber hoffentlich nur so Kontrolle oder schnipp, schnapp, Eier ab oder sowas. Der wird ja nicht krank sein, der kleine. Gotteswillen. Gotteswillen. Oh Gott. Das gute Leder und kein Kirschen in der Nähe, ne? Die große Krokokalypse und dann nicht mal irgendwie ein Kirschen dabei. Guck dir das an da hinten. Alter, soll ich ihn einladen? Will sich ja facen. Kurz mal WoW-Marke verdienen, ne? So nach dem Motto. Die Alli-Runs gestern sahen ja richtig traurig aus. Was sei los? Ja, Mittwoch ist halt immer schwierig, weil ID Reset, ne? Und Allianz ist generell immer schwierig, weil Allianz. Und wenn das beides zusammenkommt, dann bluten wir immer ein bisschen, ne? Dann müssen wir immer ein bisschen warten. So ein bisschen warten und auch starten, ja? Und dann zusammenkommen letztendlich. Aber vorher immer erstmal den Motor ein bisschen anwerfen, als wären wir Frosticker. Ja, das ist leider so. Das ist leider so. So, Christa, Little Moon, Hallöchen. Grüße. Freunde, ich mache momentan ja so viele Inseln. Ich glaube, ich habe auch die ID schon wieder. Ja, gucke hier die Häkchen, ne? Nirgendwo sind Häkchen, aber Insel-Expedition. Kannst du wissen, hier vom Twink bis zum Main alles schon wieder durchgeheizt. Und mache ich ja jetzt seit Wochen so ein bisschen, ne? Weil es natürlich auch mit die einzige lukrative Mount-Farm-Möglichkeit für mich sucht, die mittlerweile ist. Droppen zwar gefühlt keine Mounts, aber hey, ein bisschen T-Morg, 5000 Gold-Missionen und so geht auch. Und jetzt musste ich seit mehreren Wochen des intensiven Hero-Insel-Farmens, musste ich echt mal wieder einen rausschmeißen. Und warum? Weil der mich rausschmeißen wollte. Da war ich mit Bolias auf einer Insel und er war Tank und der Random-Typ war auch Tank. So, und ich nicht. Ja, und dann gucke ich entweder, macht einer einen Big Pull. Nö, Bolias auch keinen Bock gehabt. Okay, und dann splittet man sich halt so ein bisschen, ne? Ich bin dann bei dem anderen mit. Und wie es so ist natürlich, wenn man der unterequippte DD-Guffel ist und oder Heiler und oder ein Typ, der irgendwie Inseln anmeldet mit GS-300 oder so. Dann ist es in meinem Interesse immer, wenn ich dieser Typ wäre, ja? Mich möglichst nützlich zu machen, beziehungsweise die Gruppe nicht zu behindern. Sprich, du haust ein bisschen was mit drauf, du heilst die vielleicht und du sammelst vor allem die fucking Objectives ein, dass wenn die in drei Sekunden die Insel kaputt roffeln, sich nicht noch umdrehen müssen und das einsammeln. So, ich also bei dem Typen hinterher, wir beide alles umgeholzt, ich sammle die Sachen ein und auf einmal meint Bolias, du, der hat jetzt hier eine Kick-Anfrage gestartet mit AFK. Und ich so, wie, wie, hä? Da dachte der, ich bin AFK, weil ich zurückgegangen bin und den seine scheiß Kisten eingesammelt habe, die der hat stehen lassen. Und dann haben wir gesagt, naja, du, das nennt sich dann Karma und dann haben wir ihn gekickt für AFK. Blöd gelaufen. Blöd gelaufen für ihn. Fand ich klasse, aber was die Leute auch manchmal denken, ne? Also, da kam ich wieder erstmal halbe Stunde nicht drauf klar, was so ne Scheiße soll. Meldet der mich wegen AFK, weil ich seine Kisten einsammle, da krieg ich so nen Hals, Junge. Da krieg ich wirklich so einen Hals. Ich freu mich, wenn das die Leute machen. Ich freu mich, wenn ich heiler, ich freu mich nicht, wenn ich heiler auf ner Expedition habe, aber wenn, dann bist du ja als Heiler erstmal nutzlos, ja? Und dann kannst du dich nützlich machen, indem du nicht nur rumstehst und ab und zu Verjüngung wirkst auf Ziele, die sowieso 100% haben und Azeritkugeln einsammeln, um sich hochzuheilen, dann sammelst du halt die Sachen ein. Ja, um den anderen so ein bisschen nicht auf den Sack zu gehen, das ist so ein bisschen wie helfen beim Hintern abwischen. Ja, okay. Ist okay, aber du stehst halt nicht nur rum und machst ab und zu Sonnenfeuer oder so. Und dann mach ich das mal und werd direkt fast gekickt, ne? Weil ich ja AFK bin, also. Das fand ich krass. Das fand ich wirklich krass und ich hab mich sehr gefreut, als wir diesen Eumel dann auch nach draußen befördern konnten, ne? Crazy. Mein Main ist kein Haken. Ne, Mains hebe ich in der Regel auf, ähm, weil die machen wir dann zusammen so. Da machen wir dann mythisch irgendwie mit Bolia, Sharon, Jana, Rocktool, wer grad da ist, ne? Deswegen kommt der Main in der Regel zum Schluss, weil das machen wir hin und wieder dann quasi zusammen. Und die Einzelnen mach ich dann morgens um zwei, wenn ich dann dazu mal komme, nach Katerei und Co. Da mal noch eine Folge Gossam oder so zu gucken, ne? Dann ballre ich nebenbei. So ein paar Inseln mit Hugo Egon Balder. Ja, man kennt den. Geiler Mann. Hille, hallöchen. Grüße. Full, ach, warte, warte. Full ID hab ich noch, beziehungsweise save sie. Das ist sehr, sehr schön. Da werden wir sicherlich auch im Laufe der Woche, nicht zwangsweise heute, aber im Laufe der Woche zu kommen, ne? Mann, hallöchen. Grüße dich, grüße. Habt ihr wieder eine Frage für die Statistiken? Wer da zu stimmen kann, äh, ich überfliege das erstmal, äh, was, Alter? Das, nee, das verwirrt mich sehr, Voidlord. Es verwirrt mich tatsächlich wirklich sehr massiv, aber, ja, alles für die Statistik und so, ne? Gönn dir da auf jeden Fall reichlich. Ich kenne auch Männer, die sich mit einer Umarmung verabschieden und Frauen, die nur die Hand geben und so weiter. Ja, oder ich, umarmen ich auch jede Frau einfach random, ne? Insofern, das kommt, glaube ich, auch ganz auf die Situation an, ne? Klar hatte man früher auch so die Phasen, weiß ich auch noch, so beim feuchtfröhlichen Suffgelage, so, ach ja, man unarmt sich auch und alle haben sich liebt und hier muss noch Glitter auf den Kartoffelsalat und so weiter. So, dieses übertrieben Männliche und dieses übertrieben Weibliche, einfach, weil alle gerade in der präpubertären Testosteron-Estrogenphase waren oder was auch immer, ja? Aber mittlerweile hat sich das relativiert, so, wir hatten auch schon genug Thusen, die ankamen, die irgendwie, weiß ich nicht, eine Begleiterscheinung von einem guten Freund waren oder so. Und die dann auch so einen auf übertrieben, wir müssen uns alle drücken und lieb haben, gemacht haben und ich so, ne, hier, Hand, gib die Flosse und auf Wiedersehen, ja? Muss ich jetzt nicht viel mit zu tun haben. Also, das ist, glaube ich, auch eine ganz subjektive Sache, die sich je nachdem entsprechend relativiert. Bloxberg, Soran, Hallöchen, Grüße, ja klar, du hast ihm schließlich den Job geklaut, das stimmt. Ich war wieder so der Grundpfeiler, der die Gesellschaft zerstört, ne? Ich war die Weihnachtsdeko, haha, ich war die Weihnachtsdeko. Naga-Angriff hatte ich hier oben, glaube ich, auch noch nicht gemacht. Oh ja, da sieht man's aber. Die Kollegen von Naga, die waren fleißig. Die waren fleißig. Grund und zu, Cybership, Blutkali, Hallöchen, Grüße heute mit Reimen. Großartig. Oh, guck mal da vorne, da können wir auch mal Tod und Verfall drunter pappen. Der hat schon so schön zusammengezogen, der Kollege. Ach, das seh ich immer gerne. Ne, das ist das Tolle, wenn du mal Tank bist und quasi bei anderen die Mobs mit klaust. Ja, normal ist es so, dass ich Tod und Verfall lege und alle bringen ihre Viecher bei mir rein. Jetzt war's mal andersrum. Das ist auch ganz angenehm mit anzusehen. So, das können wir niederbrennen, das können wir trinken, das können wir looten. Ach, das ist eine schöne Stelle, die wir hier ausgesucht haben. Guck mal, hier ist auch noch ein Gefängnis. Junge, da machst du ja schneller Prozente als in der Bar mit Freibier. Das ist großartig. So, den Dicken nehmen wir auch noch mit. Sehr schöne Sache. Sehr, sehr schön. Umarmung unter Männern gibt's genauso. Natürlich, wenn man die Freunde länger nicht gesehen hat, kommt das schon mal vor. Ja, oder bei uns eigentlich immer, egal ob Familie, Freunde oder sonst wo, sobald Alkohol auch geflossen ist. Man hatte suite Gespräche dabei, man hat sich kennengelernt von der innersten Seite und dann wird sich auch überall entsprechend verabschiedet. Ja gut, hängt vielleicht auch dann mit länger nicht gesehen zusammen. Da hast du völlig recht. Also das ist, ja, wie man's macht. Oder halt so, wir haben auch oft Kombinationen gehabt, so aus Handschlag, ja, Handschlag und dann so ein Halbdrücken quasi, ja, irgendwas dazwischen. Also das ist, glaube ich, gar nicht groß zu differenzieren. Das kommt immer drauf an. Glitter auf Kartoffelsalat. Ja, ne, wir hatten auch durchaus Weiber, die halt immer Glitzer hatten. Glitzer Make-Up, Glitzer Deo, Glitzer Einhorn, Sabber, Suffe und so ein Kram. Und dann gab's auch Glitzer im Kartoffelsalat. Und du hast auch morgens irgendwie an Körperstellen Glitzer gefunden, wo definitiv kein Glitzer sein sollte. Von daher, wie's so ist, ne. Wie's so ist. Dalfiron, Pfadfinder, grüße euch. Hallöchen. Heute, was für ein Ding, Katar-Ressourcen sammeln. Und hier halt Quests für MDL. Achso, Katar-Ressourcen vermutlich, ne. Ich war jetzt irgendwie bei Katzen. Frag mich nicht, warum. Ja, warum nicht? Gönnung auf jeden Fall, ne. Die Feuerland, die müssen aufgehalten werden. Besser spät als nie. Besser spät als nie, gefettert tot. Grüße dich, Hallöchen. Wir haben schon 78%, Junge, die Nager-Quest. Die geht ja ruckzuck. Ich hatte schon Angst, dass wir hier jetzt wieder 700 Stunden verweilen. Aber nein, das geht ganz gut, Eosho. Hallöchen, heute schon Döner gegessen? Nee, gar nichts gegessen tatsächlich. Heute Morgen ein schönes Brötchen mit einer Wurst und dann nur gecuttet, Junge. 700 Folgen Mad Moments, gefühlt für die nächsten 10 Monate. Kommen jeden zweiten Tag jetzt Mad Moments, weil ich so, so viel am Cutten war. Crazy, Junge. Crazy. Genau das meinte ich, ne. Schmelke, wir kennen das sehr genau, siehst du. Wir kennen das sehr genau. Kennst du eine gute Stelle zum Ankerkrautfarmen? Nee, ich bin ja generell auch überhaupt kein Farmer. Also beim Rüberfliegen, wenn ich was sehe, ernte ich das mal. Aber eigentlich bin ich Ankerkraut-Antifarmer. Also mich kannst du fragen, wo es am besten despawn, wenn du es gerade schon am Anklicken bist. Aber davon, davon abgesehen, habe ich leider absolut keine Ahnung. Aber geschätzte YouTube-Kollegen, die sich damit beschäftigen, wie Exitus und Co., die haben da bestimmt genug Videos und Guides und sind da die besseren Ansprechpartner mit Sicherheit. So, Freunde. Hätten wir das auch hier bei Talanji? Siehste, gibt das eine Prestige-Kiste? Ich weiß es gar nicht. Könnte reichen, ne? Ich glaube, 1,5 gibt das immer, oder? Oder nur 1,000? Das wäre jetzt sehr traurig. Wir gucken einfach. Wir finden das raus. Und wenn, es sei eh nur Müll drin, oder? Prestige-Kisten? Wer will das denn? Meine Güte. Wir begrüßen uns immer mit Penis-Propeller. Das ist auch gut. Natürlich. Es gab ja eine sehr schöne Modern-Family-Folge, wo tatsächlich der Gute Film auch einen alten Schulkumpel begrüßt hat. Und die hatten auch einen Man-Shake, wo sie quasi ganz viele verschiedene Handshakes machen und dann ziehen die noch den Vorhang hoch, nämlich ihr Hemd und klatschen dann ihre nackten Bäuche aneinander und drehen sich dann nochmal und so. Das fand ich auch sehr schön. Das fand ich in der Tat auch sehr schön, aber auch das könnte ich in dieser Form, glaube ich, nur im Suff tatsächlich. Weiß wer, wie weit ich in Legion questen muss für Klassenmauern vom Parler? Du musst, glaube ich, bei Paladin und Priester das komische Herz in der Klassenhalle auch haben, oder? Auf jeden Fall verhärte Küste und Klassenhalle durch, wenn ich mich nicht irre. Und dann gab es je nachdem noch die ein oder andere zusätzliche Beschränkung, die jedes Mal eine zusätzliche Wonne war. Großartig. Free God, Hallöchen. Grüße, Grüße. Zum Glück gerade League Rank geschafft für WoW. League Rank geschafft für WoW. Okay, bei League habe ich immer erst mal Panik, ne? Soweit ich irgendwas mit League of Legends lese. Es gab 1.5, sehr schön. Dann kriegen wir auch noch eine Kiste dazu und Arzurid. Ach, gucke, das ist herrlich. Und wir ziehen aus der Kiste raus, wenn ich sie denn finde. Da ist es. Sag mal. Wieder, ey, ich habe das Pad jetzt so oft. Ich habe es schon dreimal. Das ist da immer drin, oder? In anderen Prestige-Kisten habe ich immer noch nicht das Spielzeug und hier ist immer das Pad drin, Gefühl. Aber das ist bestimmt was im Auktionshaus wert. Könnte ich mir vorstellen. Hoffe ich zumindest. Ja, wir gehen an Toros mit dem Hunter würde ich gerne. Ja, mit dem Hunter für die Kettensets, die mir da an der Stelle noch fehlen. Das wäre toll. 1,5k. Der Prinz, der wusste das direkt. Sehr gute Sache. Sehr, sehr gute Sache. Wo ist er denn, der Verbrecher? Hier unten in Zuldazar. Let's go. Ich fahre immer, fahre immer Vol'dun. Erze Kräuter, circa zwei Stunden. Wenn es gut läuft, habe ich 100 Ankerkraut. Also 100 Ankerkraut für zwei Stunden ist, glaube ich, eine ganz gute Quote. Das kann man, denke ich, mal mitnehmen. Das ist ja auch immer noch was wert. Das ist ja immer noch durchaus nötig für das ein oder andere Gesöff. Ich nenne es einfach mal Gesöff. Ich habe immer noch kein Alchi oben. Ich weiß immer noch nicht genau, wann man was braucht. Sobald ich irgendwie Kräuter habe, schicke ich dir einfach Shairun oder Bolias. Und dann sieht mein Inventar irgendwie, naja, so aus, wie es halt aussieht. Unaufgeräumt und voller Essen und Tränke und alles voll. Guti, wenn ich Glück habe, schickt Faddern dann auch noch was. Und dann ist der Briefkasten am Explodieren und mein Inventar im Folgenden natürlich auch. Endlich sehe ich dich mal live. Ja, siehste, freut mich. Das Pad ist so wie das Pad an der Küste und auch eine Fledermaus. Was ein Wunder. Komisch, ne? Die Fledermäuse, Freunde, die wollen uns irgendwas sagen. Fledermaus Add-on confirmed. Fledermaus Add-on confirmed. Na gucke, einige schreiben auch noch wegen Suramar. Boah, siehst du, der hatte ich auch schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe das ja alles zu Legion gemacht, ne? Ich habe ja alle Klassenmounts zu Legion tatsächlich geholt, wie auch für alle Klassen die Gleichgewicht der Kräfte-Skins. Heißt, ich habe mit jeder verfügbaren Klasse A-Klassenhalle, B-Verhärte-Küsse, C-Gleichgewicht der Kräfte, wo du durch alle Dungeons, Raids und so weiter laufen musst. Das habe ich ja mit allen fertig gemacht. Und danach habe ich es auch einfach vergessen und verdrängt. Und ich bin sehr froh darüber, wenn ich immer lese, was viele von euch noch dazu schreiben, ja? Und meine Aufzählung da ergänzen. Bin einfach so froh, den Scheiß überhaupt nicht mehr anfassen zu müssen. Das ist so geil. Und wir haben uns so durchgequält damals, da. Wahnsinn. Wahnsinn. Wenn du das Pad nicht willst, ich nehme das gerne. Ja, ich wollte doch nachher mal Haar zu finden. Da kannst du mir das dann einfach aus den Händen reißen, ne? Geile Sache. Das Pad ist Mühe aus der Kiste. Nein, The Prime sagt das nicht. Sagt nicht sowas. Gestern Hero Raid angemeldet mit meiner 432er-Eule. Habe ewig gewartet auf eine Einladung. Danach Curve gepostet und Einladung war direkt da. Traurig. Naja gut, traurig. Also mittlerweile, ja, was heißt traurig? Wenn ich jetzt die Wahl habe, es melden sich 10 Leute an. Dann bin ich jetzt auch kein guter Samariter und nehme da dann den, der den wenigsten GS hat oder so, um den durchzuziehen. Sondern natürlich die, die das beste Angebot eben abgeben. Oder die das beste Angebot einfach sind. Und, ja, so die 10 Angebote und so weiter und so fort. Du sollst nicht Curve posten und solche Sachen. Kennen wir ja von den komischen Steintafeln. Das ist ja auch immer das Ding. Viele, die sich da aufregen, vergessen auch, dass sie gerade mit 100%iger Wahrscheinlichkeit nicht der Einzige sind, der sich da eben angemeldet hat. Hier hatten wir in der Gilde auch. Oh, keiner nimmt nicht N plus mit. Dabei habe ich GS 380 oder so. Wo ich so sage, ja gut. Aber Standard ist ja über Naziatal Nummer 385 plus, wenn man ein bisschen was investiert über Timewalk und Co. Wenn du Glück hast mit den Events sogar höher. Das heißt, die Chance, dass sich in der Zeit, wo du dich angemeldet hast, noch 5, 6 Leute anmelden, die 100%ig einfach einen höheren GS haben, als du, weil sie eine Stunde mehr in ihren Charakter im Vorfeld investiert haben. Dann ist doch klar, dass die dann die mitnehmen. So, und dann hat er auch gesagt, ja, stimmt, macht Sinn. Das vergessen die Leute auch manchmal. So tot ist WoW nämlich noch nicht, dass wir uns anmelden und werden dann mit Kusshand genommen, einfach nur weil wir uns anmelden. Schön, dass man auch jemand da ist und wir nicht immer denselben mitnehmen. Du hast an sich natürlich völlig recht, dass die Regelungen gerade mit IO-Score und sonst was und die Bedingungen als solches extrem geisteskrank, ich sage mal, skaliert sind von den Spielern selber mittlerweile. Wir dürfen noch nicht vergessen, dass wir hier ein interessantes, breit gefächertes Angebot und auch eine entsprechende Nachfrage haben, wenn wir uns Spieler jetzt mal selber zu Ressourcen degradieren. Das ist so. KIZ ist auch dabei, ne? Fledermaus Mann oder Fledermaus Land, man weiß es nicht genau. Heavy, heavy, heavy. Sorry, ich spiele erst seit 30.06.2018 WoW und mein Parler ist eine Woche erst auf 120. Ich muss sie jetzt nicht in Schuld gehen. Ich hoffe, ich kam jetzt nicht irgendwie sackig rüber oder so, Gottes Willen. Gottes Willen, ich weiß ja selber nicht alles, ne? Ich wusste ja selber nicht mehr alles. Es ist halt eine ganze Menge, die man da tatsächlich mit aufholen darf. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, das alles schon fertig zu haben. Und dann verblasst die Erinnerung auch sehr, sehr schnell an dieses Grinde und Gefarme und Looking for Member, Auge von Achara. Please no. So schön wie Legion war. Das war schmerzhaft. Das war wirklich, wirklich schmerzhaft. Für ICC habe ich damals die untere Quest und heute... Ach so, die untere Queue so rum und neue Leute ohne XP mitgenommen. War trotzdem machbar. Klar ist das trotzdem machbar. Mussten zwar ein bisschen Raid-Lead machen, aber man waren die Leute freundlich. Na, die freuen sich natürlich, wenn sie dann mitgenommen werden, ja? Und ich bin ja an sich auch der Letzte, wenn du irgendwo reinkommst, so Timewalk oder so. Und jemand schreibt, sorry, bin jetzt als erstes Mal als Tankier und so weiter, ja? Dann, äh, Gottes Willen, überhaupt kein Problem. Aber wenn ich jetzt die Auswahl habe und ich will jetzt irgendwie um 23 Uhr fix ein Achterrennen oder so mit dem Twink und da meldet sich einer an mit 93 und einer mit 440 oder so, dann überlege ich nicht lange. Dann überlege ich natürlich auch nicht lange, ja? Guti, liebe Leute, wir machen Gruppe Lul auf, benutzerdefiniert, für die Horde. Wer mitkommen möchte, LOHL, kann sich serverübergreifend gerne anmelden. GS 380 aufwärts, wäre eine schöne Sache. Und dann römmeln wir einmal hier durch. Wäre das nicht schön. Ich würde es ja verstehen, würde Curve was mit Skill oder so zu tun haben. Ja, du kannst ja auch einfach kaufen, ne? Machst du einen Cellrun und dann bist du der King, so. Leider kann sich jeder Idiot den Curve kaufen, genau. Und somit kann sie auch jeder haben, ja? Das ist leider so, ne? Das ist leider so. Deswegen wollte ich dir die Sinnigkeit deiner Aussage auch nicht völlig abschmeißen einfach. Weißt du, ich werfe mit Sinnbälle nach euch. So sieht es aus. Das ist natürlich im Kern auf jeden Fall richtig, ja. Und wie ist das mit dem 450er Gear? Kommt man dann bei dir nicht mehr rein wegen Overgear? Ja, ich möchte natürlich die Gruppe so bauen, dass wir gut durchkommen. Ich aber trotzdem der Beste in der Gruppe bin. Vito, ne? Das ist immer der Lifestyle. Wann? Wenn ja, dann bin ich in zwei Wochen wohl raus. Sehr traurig. Sehr traurig. Mareil, Guni, Hallöchen. So, wir laden erstmal ein. Wir haben ein buntes Repertoire an DDs. Das ist erstmal super. Wir brauchen aber auch mindestens einen Tank und einen Heiler, um hier problemlos durchzurömmeln. Das sieht da unten ist auch ein Tank. Das sieht sehr gut aus, liebe Leute. Guck mal hier der Anmeldeflow im Vergleich zu gestern, oder? Das ist ja bestenfalls geisteskrank. Wo wir nur ein bisschen schauen müssen, ist, ob wir den Tank auch mit reinkriegen oder ob wir jetzt eiskalt jemanden übergeben müssen. Da bin ich mir nämlich noch gar nicht so sicher. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Passt das perfekt? Passt das wirklich gerade perfekt? Ich bin immer verwirrt, ne? Wenn einer nicht annimmt, so dann hier bin ich mit meiner Interface übersicht. Oh, oder ablehnen. Das geht natürlich auch. Auch das ist immer wieder eine Möglichkeit, liebe Leute. Da lassen wir uns natürlich gar nicht lange lumpen oder bitten, ne? Ja, das passiert einfach im Sinne von braver Lumpi. Tyrone, Hallöchen. Grüße. So, dann können wir hier auch noch unseren Darsana mitnehmen. Und dann sind wir an der Stelle voll. Freunde, was ist das für eine Gruppe hier heute? Super schnell voll geworden. Ja, wir haben Tank, wir haben Heiler, wir haben Hexenmeister. Amanda sogar mit dabei. Das kann ja nur geil werden. Das kann ja nur richtig gut werden. Dann porten wir drin. Wie immer bitte nur pullen, wenn alle da sind. Und dann einmal zack, zerrab. Und ruhig damit. Schön. Hallöchen, Craft und Chat, Mantusa. Grüße. Grüße, Grüße. Und dann, Craft, römmel mal durch und vergesst die Wurst nicht unterwegs. Ja, so eine kleine Wurst auf die Hand. Oder früher war es das Eis auf die Faust. Heute ist es die Wurst auf die Hand, natürlich. Ich hole mir Curve auch nur, wenn es dafür einen Mount gibt oder ich eine Gilde habe zum Raiden. Ja, also das ist für mich an sich auch völlig uninteressant. Von daher, ich schaue ja die Leute, mit denen ich gehen will, im Vorfeld um mich. Ja, und dann bin ich in der Regel immer in der suchenden Position. So, und darum nehme ich mir dann natürlich auch die Freiheit raus. Und dadurch, dass wir ein sehr gesundes Gildenklima und auch viele, ich sag mal, fähige Member und lustige Truppen haben, kenne ich diese ganzen Problematiken sowieso überwiegend nur vom Hörensagen. Meine schlimmsten Random-Erfahrungen habe ich auf Inse-Expeditionen. Ansonsten haben wir immer volle Gruppen. In der Regel kannst du immer fragen, M+, PvP und so weiter. Deswegen kann ich da auch immer nur aus meiner recht gefestigten Position, die wir hier nun mal uns aufgebaut haben, auf Eri, da kann ich nur davon immer ausgehen. Deswegen kann ich euer Leid auch leider immer nur aus persönlicher Erfahrung stückweit nachvollziehen. Und ansonsten wäre mir das auch scheißegal, ja. So von wegen Curve und sonst, weil ich mache das dann gar nichts fest. Ja, entweder bist du ein nicer Typ, so, dann kommst du nochmal mit. Und wenn du doof warst, dann kommst du halt nicht mehr mit. Und da ist mir dann auch egal, ob du GS-500 hast oder nicht. So, daran mache ich das fest. Daran mache ich eigentlich meine Gruppen fest, wenn ich's kann, ja. Wenn ich's kann. Also keiner über Item-Level 350, wenn du der Beste sein willst. Danke, Schmelke. Danke für den Deutschstoß, ne. Das ist diese Deutschstoß-Legende, von der die Leute immer sprechen. Tensuten, Alimentana, Hallöchen, Grüße. Gott, mein Magen ist eine Drama-Queen. Kurz mal Hunger, übertaucht, jetzt panisch Übelkeit melden. Das ist auch schön. Übertaucht macht mich gerade ein bisschen ferder. Ich finde das Wort sehr, sehr schön. Das ist, wenn du tauchst und plötzlich wachst du auf und bist in Marianne graben. Dann hast du dich übertaucht. Finde ich super. Das habe ich auch sehr oft. Vor allem, wenn ich mich sehr wenig bewege, also immer. Und dann habe ich komplett Heißhunger, auch nach dem Stream. Ich habe nach dem Stream vom Reden einfach Hunger. Es ist, so schlimm ist es mittlerweile. Und dann esse ich was und dann esse ich sehr schnell, dann esse ich sehr viel und dann ist mir einfach wirklich schlecht. So richtig, richtig übel, ne. Vom Bewegen, vom Sitzen, vom Existieren. Das kenne ich auch sehr, sehr gut. Und gerade in letzter Zeit und gerade auch mit der Hitze jetzt, die vergangenen Wochen und so. Das macht es immer alles nicht besser. Das war auch einfach in jeglicher Hinsicht eine scheiß Grundsituation, um, keine Ahnung, am Leben zu sein. Oder? Um Mensch zu sein. War es einfach sehr beschissen in den letzten Worten. Was? Du nimmst die Freiheit? Ja, so ein bisschen Marius-Miller-Western-Hagen-Style. Du weißt, ne. Freiheit ist die einzige, die fehlt. Aber wir haben zum Glück Hexer dabei. Deswegen porten wir die einfach wieder ran. Ist ja kein Ding. Ich glaube, Hunter-Set war bei mir sogar voll. Ne. Ich komme jetzt mit für Lookalikes vom Charmy. Oder habe ich gelogen? Wo ist es denn hier an Torosommer? Da. Oh, ne, mir fehlt auch noch der Gürtel von Eona. Na, das trifft sich ja auch wieder. Das trifft sich ja auch wieder. Ne, ach so, übel wegen Hunger. Ach so. Ach so. Ja, das war natürlich aus einer ganz anderen Warte nochmal. Sind schon wieder den ganzen Tag nichts gegessen. Ja, ich weiß mittlerweile, dass ich ja auch, wenn ich Hunger habe, so nicht funktioniere. Ja, dann habe ich schlechte Laune. Und egal, was ich dann aufnehme oder streame oder was auch immer, klinge ich dann halt komplett mad. So, und deswegen zwinge ich mich auch teilweise zum Essen, wenn ich so irgendwie im Workflow bin, sage ich mal. Und auch so pro Sekunde 300 Thumbnails und 400 Mad Moments Parts und noch drei Commentaries raus und mache das alles fertig. Dann will ich dazwischen auch nicht pausieren und irgendwie essen oder auf Toilette gehen. So, dann kacke ich mir einfach ein in dem Moment. Nein, so schlimm ist nicht. Aber wenn ich so im Flow bin, egal mit was, ja, dann will ich das echt nicht unterbrechen. Aber mittlerweile habe ich gemerkt, nee, wenn du jetzt nicht Pause machst und was isst oder mal durchatmest und du machst jetzt direkt nach dem ersten 40 Minuten Commentary das nächste 40 Minuten Commentary von Boralos plus 20 in Time oder was auch immer, dann werden das die Leute merken, dass du richtig mad bist. Und dann fange ich vielleicht noch an, die Gruppe zu flamen oder so. Deswegen mittlerweile weiß ich, wann ich mich zwingen muss, irgendwie mal kleine Zwangspause zum Durchatmen zu machen oder was zu essen. Ansonsten hatte ich auch echt Phasen, wo ich gesagt habe, nee, du machst jetzt noch was und Postfach ist auch schon wieder voll. Oh, crazy, ne? Crazy, weil du ja auch immer so denkst, du sitzt ja da und redest, du wirst ja schon nicht hungrig werden. Am Arsch die Räuber. Am Arsch die Räuber. Beim Wort übertaucht muss ich an diesen eigenartigen Unterwasserfluss denken. So ist sehr oder wo es sehr oder weniger zwei Flüsse übereinander sind. Ja, so diese Strömungen, wie bei Findet Nemo, so diese Unterwasserströme, Flüsse, wie auch immer man das nennen will. Die Natur ist schon manchmal seltsam. Gut, dass wir deswegen nur in WoW unterwegs sind. Hier ist wenigstens alles Natürliche zerstört. Da haben wir nicht so das Problem mit der Differenzierung. Beim nächsten Boss ist auch mein Bockwurststand. 500 goldene Wurst ohne Brot, finde ich gut. Mein Cousin hatte damals auf die Aldor auch eine Gilde namens Von der Würstchenbude. Aber das war diese Zeit, wo die ganzen Chars von ihm und seinen Freunden so Hurensohn hießen und so weiter. Und die wollten eigentlich nur stressen. Und waren dann auch im Forum unterwegs. Und da hat dann der Char Hurensohn, also ohne Vokale so, H-R-N-S-H-N, wie das 257er-Album. Hat dann eben für Raids gesucht und so weiter. Und unsere Gilde sucht eine aktive PvEler. Und die wollten sich halt einfach anlegen. Man hat einfach Stress gesucht, Junge. Es war die Stressphase in der Pubertät. Die haben wir online ausgelebt. Und da hatten sie die Würstchenbude. Da meinten die Aldor-Spieler dann auch. Ja, warum macht ihr denn so einen Stress? Ist doch ein cooles Konzept. Würstchenbude in Orgrimmar aufmachen, würde ich reingehen und so. Und das war auch ganz niedlich irgendwie. Die haben einfach stressen wollen. Und die Leute haben sich auf ihr Würstchen gefreut. H-R-N-S-H-N aus der Gilde von der Würstchenbude. Ja, steht jetzt in Orgrimmar und sucht PvEler. Das ist ein sehr, sehr schönes Gesamtbild gewesen auf jeden Fall. Nach dem Aufstehen mag ich nicht essen. Same. Dann mache ich irgendetwas und will das auch nicht aufhören. Genau das, genau das. Oder mir oft die Grenze setzen. Mach das fertig, dann essen. Und dann dauert es länger, als ich dachte. Genau so Katatonia ist es bei mir tatsächlich auch oft. Bin ja jemand, der seine Zeit sehr, sehr frei einteilen kann. Und trotzdem überrasche ich mich immer wieder selber und verkacke einfach völlig. Deswegen, mittlerweile habe ich so ein bisschen gelernt und muss mich, wie gesagt, auch hin und wieder dazu zwingen. Aber, ja, ist Gewöhnungssache auch irgendwo. Oder Training, keine Ahnung, Esstraining. Warum nicht? Mausebärchen, Bolias, Hallöchen. Grüße. Kein Hund. Dafür ein Lego. Uh, nehmen wir auch. Legos können auch T-Mog sein, Freunde. Denkt da dran, ne. Denkt auch wie immer an eure, wo sind sie? Äh, wie hießen die Dinge? Erweckende Essenzen hier unten. Erweckende Essenzen, die kriegt ihr hier in Legion Raid gelötet. Die könnt ihr in Dalaran gegen Lego Items austauschen. Für eure Klasse oder auch für andere Klassen. Könnt ihr Bette nicht gebunden rumschicken. Denkt da dran. Das ist T-Mog. Das ist oft ein Re-Color oder sogar einfach ein Re-Skin. Ähm, zum Beispiel T-4-Helm vom Druiden. Ne, den könnt ihr kaufen als Legion Lego Lookalike Item. Der dann auch für das Set mit reinzählt und spart euch quasi Karazan. Ja, denkt da auf jeden Fall dran. Denkt auch dran, dass ihr die kaufen könnt für Timewalk Events. Die werden rückwirkend skaliert mit den Legion Legos. Und Co. könnt ihr auch in Timewalk Dungeons und Raids eben entsprechend abgehen. Äh, haltet das auf jeden Fall im Hinterkopf. Wenn ihr feststellt, Mann, ich krieg nie was in Antorus. Doch, ihr müsst es euch dann nur kaufen. Hahaha. Ihr müsst es euch nur kaufen. Schön, Bienveni. Hallöchen. Grüße. Keiner will mit mir Achara auf Hiro legen. Warum das denn nicht, Mausebärchen? Dann musst du denen mal Ansage machen, ne? Was die Scheiße soll. Was ist mit denen? Das Album soll aber nur hören und sehen heißen. Ja, das kann man halt fehlinterpretieren. Leider, Schmelke. Ne, das haben viele dieser Tage getan. Das ist leider so. Das ist leider so. Hahaha. Who Rains Zone finde ich die bessere Variante von... Ja, aber da waren wir noch nicht so clever. Ne, das war einfach nur Stress ohne Grund. Wir waren so Bushido-Jünger in dem Moment. Das erinnert mich irgendwie an die Gilde Berlin Crime, die mal barlos a Hardwing eingeladen hat. Ja, die Mafia-In-Game. Die Mafia-In-Game. Heavy. So ist es gleich. Emeron, mach es gut. Mach es gut. Natürlich leider auch. Ne, ja, man kennt das so ein bisschen. Man kennt das auf jeden Fall. Das will man auch machen, ne? Da steckt man ja selber drin. Also, wenn man selber körperlich wie geistig irgendwie keine Lust hat und keine Motivation ist, immer scheiße. Ja, sonst kannst du ja wenigstens sagen, Mensch hier, die geistige Motivation, du musst das jetzt machen. Aber wenn auch das Hirn irgendwie sagt, nee, komm, das andere ist jetzt cooler. Arschkarte. Ja, Arschkarte für einen selber. Grillkugel. Harry. Hallöchen. Grüße. Grüße, Grüße. Mausebärchen. Boliath. Habe ich da was verpasst? Swinker, Smiley. Alter, White Lord. Musst du nicht arbeiten heute? Lass dich erstmal umarmen. Lass dich erstmal umarmen. Ich finde keine Gruppe. Und wenn ich eine aufmache, kommt keiner mit. Ja, gerade bei Achara Hero ist es halt auch nach wie vor tricky. Ja, wenn man da jetzt nicht eine Gruppe hat, wo wirklich alle mit GS440 aufwärts irgendwie geisteskrank den Boss in drei Sekunden umrödeln und die Add-Phase nahezu ignorieren, dann haben da, glaube ich, auch die wenigsten Bock drauf, irgendwie so einen Abend nochmal try zu harden. Allgemein bin ich der Meinung, dass es nach wie vor schwierig ist, es sei denn, man ist Mr. Big D, Ding Ding Dong mit sowieso jeden Tag Müssig laufen und in Random Gruppen alle carryn. Finde ich sowieso nahezu unmöglich, beziehungsweise sehr, sehr schwer, ohne Gilde irgendwie eine Hero-Gruppe für den aktuellen Content-Endboss zu finden. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Also als meine Gilde sich damals aufgelöst hat und als es Crafts Army auch noch nicht gab, war ich ja LFR-Raider. Ich habe nur LFR gemacht, weil ich einfach gar keinen Bock hatte, irgendwie immer, ja, und Teamspeak war es ja damals noch und fremde Leute und Koordinieren, man kennt keinen und so. Und das, keine Ahnung, habe ich mich immer ein bisschen unwohl gefühlt. Und da war mir das mit dem Gearscore auch egal, da habe ich mich schön voll Epic in LFR equippt und dann war ich auch fertig. So, und selbst wenn das nicht so gewesen wäre, hätte ich immer noch Megaschiss oder zumindest Respekt davor gehabt, mit Random-Gruppen den aktuellen Hero-Content zu ballern. Finde ich nämlich, wenn man nicht an dem Punkt ist, wo man einfach wirklich durchroffelt, KR zum Pull und gib ihm, dann finde ich das nach wie vor sehr, sehr, ja, weiß ich nicht, schwer zu koordinieren, aus meiner Sicht jetzt, ne, aus meiner Sicht. Great, hallöchen. Grüße, habe gestern auf der Hexe auch geholt, hat keine 5 Minuten gedauert. Okay, ich habe mich schon gewundert, ne, ich gucke so unten irgendwie, Pilgr hat schon wieder der Zeit vorausgeholt, wusste ich gar nicht, was da los war, aber ja, man kann eben auch Glück haben. Und wie gesagt, ich habe auch keine Erfahrung da, ja, wenn ihr euch jetzt auskennt, Pilgr, du bist ja jetzt auch niemand, der irgendwie ein schlechter Spieler ist oder so, ja, und du konntest ja auch deinen Curve linken oder was auch immer, so, dann funktioniert das natürlich, aber gerade so, wenn dieses ganze Rating irgendwie noch in den Kinderschuhen steckt und man möchte dann rein und man möchte jetzt Hiro und was erleben und so, ich glaube, da fällt man ganz doll auf die Nase. Also ich würde voll auf die Nase fallen, bei meinem Glück. Ich war noch nicht mal im LFR, geschweige denn Norm oder Hiro im Palast. Ja, wer nicht will, der hat ja auch schon, ne, ist ja auch kein, kein Zwang irgendwie. Und wenn man, wie ich ja, zu Kata, wie ich es gerade gesagt habe, dann nicht mal Lust hat auf LFR und ich habe damals zu Kata LFR Todesschwingens Rückgrat getränkt, also ich wollte auch leiden, ich wollte auch wirklich leiden, dann ist das ja auch voll okay, wenn man keinen Bock drauf hat, ne. Mein Vater macht zum Beispiel gar nichts. Vater, dann habe ich letztens gefragt, ob er Insel mitkommen will. Da hat er auch gesagt, ja, da gibt es doch nichts außer Arzt Frieden, ne. Und da dachte ich so, ja, ist doch nice, der gute Mann formt sonst nur Kräuter und oder eben macht PvP. Muss ich manchmal zu seinem PvE-Glück auch zwingen. So ist es nämlich, genau so ist es. Blechi, danke schön für deinen Host und Grüße gehen raus an alle Blechi-Zuschauer. Hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Grüße, Grüße. Man kennt es, wir machen Azshara auch jeden Mittwoch mit über 440 Gier in drei Sekunden. Gibt es auch mehr Loot. Weißt du, bevor dir die Ätz in der ersten Phase, diese verwunschen liebenden, ruft, taust du einfach einen Sternsorg durch diese Kuppel in ihre Fresse, wie sie dann auch hinten ungepulterweise im Meer rumlungert. Zack, One-Hit. Wie du, ne, wir kennen das doch, wie es aussieht, natürlich. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Ich flere muss, Grüße, Eldorino, Hallöchen. Hallöchen. Mir fehlt ja nur noch Hiro-Achara. Alles andere habe ich ja tot. Ach so. Ja, dann ist das natürlich doppelt schmerzhaft. Wenn das so der letzte Dorn quasi ist, der irgendwie im Sack drückt, das ist in der Tat sehr unangenehm. Ah, dann ist das schade. Dann ist das in der Tat sehr, sehr schade. Aber ich kann mich immer nur auch freuen irgendwo, ja. Weil, wie gesagt, diese Geschichten kenne ich seit sehr langer Zeit nicht mehr. Weil bei uns in der Gilde halt immer irgendwie was zu mobilisieren ist, immer irgendwie was ging. Wenn mal irgendwas zerbrochen ist, auch immer jemanden hatten, der dann die nächste Raidleitung und so weiter stellen konnte, der mit frischer Motivation dabei war. Ja, und deswegen bin ich einfach nur froh, dass das bei uns so funktioniert, wenn ich eure Geschichten immer höre. Naja, das hilft euch jetzt nur bedingt weiter. Aber ich finde das dann immer schön, wenn das bei uns alles so weit funktioniert. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Genau das zeigen diese Geschichten ja unter anderem. Vorne, es geht zu Eona schon, ne. Wir sind wieder flink unterwegs hier, Junge. Flink unterwegs, großartig. Bei dem Boss ist man auch entweder einfach durchgekommen oder man konnte sich direkt eine neue Gruppe suchen. Genau so ist es nämlich. Genau so war das auf jeden Fall. Mein guter Weg kennen das sehr gut. Das ist das Gewissen-Curve, wie die Leute sagen. Genau so ist es. Ja, das ist das Gewissen, was einfach im Hintergrund dann drückt. So sieht's aus. Hieraufieren die letzten zwei Bosse. Ja, und wie gesagt, ich finde, wenn man jetzt nicht als Gildentruppe unterwegs ist, sondern so als Random-Spieler, als Random-Dude, ja, dann finde ich es schon enorm, dass man bis Azshara oder bis zu Zakuul das Ganze durchgerömmelt bekommt. Ich meine, klar, man ist ja deswegen jetzt nicht ein schlechterer Spieler oder insgesamt Unerfahrener oder so, ja. Aber ich hatte immer Schiss ohne Gilde. Ich hatte immer Schiss und ganz ehrlich, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Classic Retail und Crafts Army und sonst was zerschossen hätte auf Ereda und alle wären weggegangen oder wir streiten uns jetzt komplett im Gildenkern in den Raid-Gruppen und so weiter, dann weiß ich auch nicht, ob ich Bock hätte noch zu raiden. Dann wäre ich vielleicht PvP-ler oder so geworden. Wobei der da ja dann für RBG und so auch wieder organisieren muss. Aber, äh, ich könnte das gar nicht wie ihr. Ich könnte das erst gar nicht. Die meisten laufen doch eh nur die neuen Raids im Massenspam. Wir spielen ewigen Palast in einer Zehnergruppe und das ist bei Weiben anspruchsvoller als diese Masse. Kommt drauf an. Also würde ich gar nicht sagen, weil du kriegst ja auch ein Mechanikenskalierungsfeld mit rein. Wenn du mehr Spiele hast, dann kommen ja auch mehr, keine Ahnung, Korallenpinöppel oder mehr Blitze, die du raustragen musst oder mehr irgendwelche Runenfelder, ja, die du rausbringen musst. Von daher würde ich nicht sagen, dass es deswegen anspruchsvoller ist. Du hast natürlich weniger Ersatzleute, ja, wenn im Zehner wer stirbt, dann merkt man das vielleicht stärker als irgendwie im Zwanziger-Rate oder so. Aber du kriegst ja auch mehr Mechanik und hast mehr Leute zu koordinieren, ne. Von daher, weiß ich nicht. Es ist ein anderer Schwierigkeitsgrad. Auf jeden Fall, es ist nochmal ein bisschen anders, aber grundsätzlich schwerer würde ich nicht sagen. Dream, hallöchen, neues Chapter hat mich komplett abgeholt heute, Dream. Was zum Teufel war das denn? So, wir bauen erstmal die Grüppchen um und dann starten wir eine leckere Runde E.O. Na, so, gucke, großartige Freunde. Gruppe 1 und 2 stehen bitte unten bei Totenkopf. Gruppe 3 und 4 stehen bitte oben bei Blau. Und Gruppe 5 steht ganz oben bei Violett. Das sind eure Positionen. Und ganz wichtig ist auch Position X hinterm Boss. Nutzt da bitte spätestens euren Action-Button, um schnell von A nach B zu kommen. Hier bei X hinterm Boss startet jetzt Gruppe 1. Hier spawnen regelmäßig vier Blüten-Teleporter. In die gehen wir rein. In jeder Gruppe sind vier Spieler. Vier Teleporter, die bringen uns in den Extra-Raum. Da töten wir einen Boss. Und in den Ecken dieses Raumes spawnen vier Kristalle. Davon nimmt jeder Spieler einen. Logischerweise jeder einen anderen. Und dann springen wir aus dem Raumschiff wieder raus. Es wirkt Reinigen und lädt sich von vorne auf. Das heißt, Gruppe 2 kommt anschließend zu X, wartet auf die Teleporter, geht in das Raumschiff, tötet den Boss, nimmt die Kristalle, springt wieder raus. Danach Gruppe 3, danach Gruppe 4. Währenddessen deffen wir Eona, indem wir alle Dämonen scharen, die durch die Portale kommen und versuchen wollen, die umzuholzen. Naja, die holzen wir vorher halt um. Naja, das ist ja Lifestyle. Und dann wechseln sich die Gruppen eben immer an Position X entsprechend ab. Das ist zumindest der Plan. Das hat bisher sehr, sehr gut funktioniert. Diese ID, wir dürfen gespannt sein. Hallöchen, Grüße. Ach, Leute werden immer ihre Art anspruchsvoller finden. Ja, es ist halt was anderes. Es ist einfach was anderes. Ja, von daher, es gibt ja auch Leute, die finden Moltencore anspruchsvoll. Von daher, das können wir ja gar nicht, subjektiver könnte es nicht sein. Subjektiver könnte es nicht sein. In 20 kannst du alle Mechaniken einfacher spielen. Du, muss ich ganz klar sagen, nein. Also habe ich nicht so kennengelernt. Wir waren ja je nachdem auch in größeren und kleineren Gruppen unterwegs. Und nö. Dunkles Urteil muss ich von meiner Erfahrung sagen, ganz klar, nein. Es ist ein bisschen was anderes. Aber wenn du die Leute hast, die a. mit dem Gear was ausgleichen können, wir auch b. wissen, was sie machen. Ja, wobei zweiteres überwiegend schon reichen könnte. War auch überhaupt kein Problem. Da lagen die Bosse ganz genauso, stellenweise vielleicht sogar schneller. Also, muss ich sagen, in meinen Augen ganz subjektive Sachen. Ja, in meinen Augen sehr, sehr subjektive Sachen. Also wir hatten das damals bei Mecha Talk gemerkt. Wenn wir beim Trink Run nur 10 Spieler waren, waren die Mechaniken genauso schwer wie mit 14 Leuten. Da haben wir es jetzt auch wieder. Da ist es wieder gleich schwer. Der andere findet es einfacher, der nächste findet es schwerer. Ja, also da können wir, glaube ich, zwar auf einen gemeinsamen Nenner, aber nicht auf den gleichen grünen Zweig kommen. Resnitz, hallöchen. Grüße. Ich habe mich schlapp gelacht, als M10 nach 5 Tagen Clear war, die Leute nicht mal 60 waren und kaum Gier hatten. Das war einfach schwer, Schmecke. Ja, aber genau das ist ja der Punkt. Ja, das ist ja der Punkt. Also es ist generell jetzt schwer, den ewigen Palast mit Molten Chor zu vergleichen. Das will ich auch gar nicht, das geht auch gar nicht. Aber genau da fängt es ja an mit der Unterscheidung von Schwierigkeiten. Ja, und das sehen die Leute halt unterschiedlicherweise, überraschenderweise unterschiedlich. Ist es nur bei mir oder hat Antorus gerade Grafik-Bugs? Also ich sehe keine bisher, aber vielleicht kommen noch welche. Ich bin vorbereitet. Ich bin vorbereitet. So, Freunde, Gruppe 1 legt an dieser Stelle los. Was haben wir für den Kristall? Den gelben. Das ist schön, ein bisschen das Urinal hier aufwerten. Sehr schön. Neuer Tötungsbefehl rein, zack, dann strömen wir in die Ecken. Jeder nimmt seinen Kristall und dann hat Gruppe 1 schon fertig. Dann kann sich Gruppe 2 schon ready machen. Das läuft auch bei uns hier vorne. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und wieder Eonar, aber immerhin, dank Dearcraft, habe ich den Boss endlich gepeilt. Das freut mich sehr zu hören. Das freut mich sehr zu hören, dass wir langsam, aber sicher ja alle Eonar ready bekommen haben. Schön. Wann hast du das letzte Mal 10er geradet? Also direkt 10er nicht. Rocktool, Hallöchen. Aber wir haben natürlich auch gerade, als wir das Curve Achievement hatten, als wir Atchara da down hatten, sind einige abgesprungen. Einige sind zu Classic. Andere spielen, weiß ich nicht, Magic the Gathering oder jetzt Borderlands oder so, statt mit Raiden zu kommen. Ja, und solche Sachen. Von daher, wir haben klar, wenn alle dabei sind, was hin und wieder der Fall ist, gerade jetzt, wo wir auch wieder Erfolge machen, dann sind wir auch 20, 20 rum. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann sind wir auch mal 10, 11, 12 und so. Ja, manchmal sind wir nur 9, dann nehmen wir noch wen aus der Gilde mit, der gerade ready ist und Bock hat. Also das ist bei uns auch unterschiedlich. Und wenn er die Mad Moments verfolgt und dann mal auf die Gruppenstärke achtet, dann wird euch da auch ein bunter Wechsel, denke ich, auffallen, wenn er da ein Auge drauf hat. Ich denke schon. Ich denke schon. Na zum Tag. Hallöchen. Einfach pullen und looten, so machen wir das. Die Mythisch Raider. Die Mythisch Raider. Pullen und looten, Alter. So muss es sein. So wollen wir es nämlich sehen. So. Rav Tamal. Ne, Bruder, wie spreche ich aus? Rav Tamen. So, bestimmt nicht, oder? Ich grüße dich. Sehr gut. Hallöchen. Oh je, Classic Content und Retail Content in einem Satz. Gleich kommt die Classic Polizei vorbei. Ja, sind direkt auch wieder 20 Leute rausgegangen, aber das ist nun mal so. Das ist nun mal so. Es ist ja auch Patch 1.12 auf dem Classic Server. Darf man nicht vergessen. Ja, natürlich, da gibt es ganz viele Sachen immer wieder zu berücksichtigen, aber dient ja jetzt auch nur dem Allgemeinbeispiel, dass man Schwierigkeiten sehr schwierig objektiv vergleichen kann, weil eben jeder unterschiedliche Erfahrungen hat und ja auch mit unterschiedlichen Leuten raiden geht. Die ist natürlich der Gruppe auch mal leichter und mal schwerer machen, ja, ganz abgesehen von unterschiedlichen Taktiken und so weiter. Wir haben ja den guten Garandi bei uns auch in der Gruppe, ja, der gute Dauerlocke, der früher auch bei uns mitgeraidet hat, der uns dann verlassen hat, um mythisch zu raiden, auch erfolgreich mythisch zu raiden. Seine Truppe hat die jetzt auch vor einigen Tagen, Wochen at Shara down, ja, und der kommt dann bei uns manchmal mit, wenn er Langeweile hat, Ersatzbank ist oder so, um dann die Mechaniken zu üben oder haben wir halt bei nahezu jedem Boss bemerkt, dass wir das völlig anders spielen als wir, ja, also das sind ja so viele subjektive Komponenten, die da zusammenkommen, wenn man wirklich über Schwierigkeitsgrade diskutiert, ganz abgesehen von den unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, die wir so schon im Game haben, ne, also das ist gar nicht auf den Nenner zu bringen, in meiner Welt zumindest, ne, meine ganz eigene Welt. Borderlands, wuhu, sehr schön, Darkrunner, je, hallöchen. Grüße, was ist immer mit den Allis los in Mechagon, Mann? Ja, wenn die gerade da ihre, was ist das, Weekly Daily haben, PvP-mäßig, ne, Töte, die ganze Horde, dann hat man da einfach keine schöne Zeit, Nessi, hallöchen. Die einen haben als Taktik, dass der Boss stirbt, andere streicheln, nur eben, ja, andere stellen sich da der Reihe nach auf und jeder darf mal hauen hintereinander, ja, das ist gar nicht so einfach, das ist gar nicht so einfach. Ich hatte am Montag eine Gruppe gesucht, leider war jede Gruppe dazu in der Lage, zack, cool zu failen, also habe ich immer weiter gesucht. Danach eine deutsche Gruppe gefunden, die mich nicht mitnehmen wollte. Begründung war, 6 von 8 HC ist zu wenig. Nachdem ich geschrieben habe, ich kenne den Boss und weiß, was ich zu tun habe, wurde mir gesagt, dass es egal ist, sie wollen den Sarkulke sehen. Finde ich auch gut. Ich meine, man kann es verstehen. Also, ein Stück weit. Ich will jetzt die Leute nicht verteidigen, weil wir wissen, Gruppensuche und Random Gruppen ist einfach sehr oft sehr, sehr krebsig. Aber es gibt bestimmt auch Leute, die da Scheiße erzählen. Ich bin früher zum Beispiel noch mit dem guten alten Votika-Gearcheck Dalaranbrunnen, bin ich mit meinem Schurken mit Full-Pvp-Gear, Abhärtung hatten wir damals, glaube ich, noch als PvP-Sat, habe ich mich auch in der Eiskronen-Gruppe geschmuggelt für 10er HC. Ja, weil ich dachte, Mensch, okay, ist jetzt eine Random-Gruppe, die schaffen eh nicht mehr als zwei Bosse und ich will meinen Dolch vom zweiten Boss was, glaube ich, der, der gedroppt ist. So, und dann bin ich auch TS gejoint, habe mich gemutet, war mit meinem Full-Pvp-Schurken drin und hat mich einer angeschrieben, hat gemeint, wo ist denn dein PvE-Gear? Und dann meinte ich so, ja, äh, ach, du, es geht auch so, das hat sich schon bewährt, ne? Und dann, ja, war der, der mich angeflüstert hat, aber der Offizier von der Truppe und der hat dann im Teamsteam auch gesagt, was machen wir denn mit dem Schurken? Der meint, der hat keinen PvE-Gear und das PvP-Gear hat sich schon bewährt. Und dann kam, natürlich aus meiner Sicht als Kiddy damals, kam die tiefste Stimme der Welt, nämlich die Raidleitung, die dann meinte, naja, dann können wir den so nicht mitnehmen, ne? Und ich so, ja, tschüss, schönen Tag, aber bin rausgesprungen, hab mich geschämt den Rest der Woche, ne? Ich weiß, dass es solche Arschlöcher gibt, die dann einen Haufen Scheiße erzählen, weil ich war selber eins. Deswegen kann ich ja die Leute immer ganz gut nachempfinden, beziehungsweise Leute auch aufgrund ihres Spielwesens und was auch sonst ganz gut in Schubkasten stecken, ja, oder in Schubladen oder Schubkarnen, sucht's euch aus, weil ich mich da immer ein Stück weit selber sehe, ja? Das ist das Gute daran, wenn du seit gefühlt 20 Jahren WoW spielst, dass du dann relativ gut die Spielertypen untereinander differenzieren und zuweisen kannst. Ähm, und deswegen seh ich mich auch immer überall so ein Stück selber, ne? Deswegen seh ich mich auch immer so ein Stück weit selber überall. Ledoxbox, hallöchit, ja, alles gut, hoffe bei dir auch. Hoffe bei dir auch. Es hat einem Hitrating gefehlt, wenn man PvP-Gear hatte, ne? Solche Sachen, die war mir in dem Moment ja egal, ich war cooler Schorke, ich hab PvP mit meinem Vater gemacht, ne? So, und dann wollte ich einen Dolch haben, wollte dann schön abends, dann war Arena loslegen, ne? Vater, und guck mal hier, ich war ICC am Arsch. Am Arsch. Ragnaros bleibt ein simpler Boss, nur war er zu Anfang halt hart getunt. Ob das schwer ist, kann man so oder so sehen, vielleicht auch einfach nur unfair, ja? Unfair oder beschissen, ja? Je nachdem, meine ich ja, genau das ist es, ne? Genau das ist es eben, je nachdem, wie man Schwierigkeit definiert. Gerade durch die Classic-Debatte nochmal sehr, sehr viele Ansichten jetzt mit in den Topf geworfen. Wieder First-Try-Eona-Boys, sehr, sehr schön gemacht. Einwand frei, ich schieb die Gruppen gleich mal zusammen. Dann sprechen wir im Folgenden mit Eona, lassen uns porten und fliegen mit den Lichtpanzerungen, die dann vor uns am Ende des Weges stehen. Gürtel, bitte. Das ist kein Gürtel, das ist ein Tröpfchen, Mann, das hab ich in der Hose, was soll ich denn damit noch in der Tasche? Das ist auch nicht schön. Barney, Hallöchen, Grüße, Finn Phoenix, auch da. Hi, hi, grüße, grüße. So, ja, wir fliegen mit den Panzerungen und dann geht es zum Auslass, da porten wir uns hin. Geile Sache, das sagst du jetzt so. Ja, dann mach ich einfach. Cooler Schorke. Ja, ich war ein cooler Schorke. Hallo? Hallo? Er hatte sogar die großen PvP-Schultern. Mhm, die großen PvP-Schultern, ja. Ich hab noch ein Screenshot von der tollen Community früher, als wir in der ICC-Random-Gruppe einen Mage dabei hatten, der Stärke und Verteidigung gesockelt hat. Ja, der wollte sich vorbereiten, ne. Der war prepared. Er ist dann den Raid gelieft, nachdem ihm alle im Raid-Chat und TS ausgelacht haben. Der tut mir bis heute leid. Oh, das ist... Es ist halt auch eine Scheiß-Situation so. An sich solltest du ja gelernt haben, wieso deine Klasse und deine Werte funktionieren, wenn du selber von 1 bis 80 oder wohin auch immer damals gelevelt hast, ja. Deswegen bin ich ja auch immer gegen dieses Boosten mit dem ersten Charakter, weil man ein bisschen mit der Welt, mit sich selber, mit der Community und der Klasse und sonst was klarkommen muss auf diesem Weg, der in meinen Augen sowieso schon deutlich verkürzt wurde mit der Zeit, ja. Selbst von 1 bis 120 geht das in meinen Augen stellenweise viel zu schnell. Aber irgendwie auch manchmal nicht. Ja, da kann man auch mal die Info verpasst haben. Vielleicht hat man keine Gilde gehabt, wo man nachfragen kann. Keinen, der einen an die Hand nimmt und dann denkt man, Mensch, ich gehe jetzt raiden. Ich brauche ein bisschen Leben, sorglich Verteidigung, ja. Und dann wirst du dumm gemacht von allen und dann schmeißt du ein PC aus dem Fenster und spielst nur noch Fortnite. So, das ist ja nicht das, was wir erreichen wollen. Das ist ja nicht das, was wir erreichen wollen. Ach, Mann. Ja, ja, aber gegen Full-S8-Wachis mit Shadow Morn haben sie nichts gehabt, die Trolle. Spreche aus Erfahrung. Bei mir wurde aus PvP-Gier geschissen. Trinket von Sauerfang plus Shadow Morn. Warte mal, Instant Info. Das glaube ich sehr, sehr gerne. Das glaube ich sehr gerne. Und das Trinket von Sauerfang, wo man sich verwandelt hat, ne. Was ist jetzt hier über Votika-Timewalk? Warte, wo ist es denn? Hier das, ne. Wo man ein Eisenzwerg oder ein Taunker wurde. Das war auch cool. Wo man irgendwie, was war der Wortlaut? Die Macht der Völker Nordends anruft oder so. Ja, das war schon geil. Na, glaube ich, dass man da eingeladen wurde. Da hat der Schattengram-Proc, der hat ja Schaden gemacht für den Rest der Gruppe, wenn dann diese Seelenfragmente sich aufgeteilt haben, ne. Geiles Ding. Sehr, sehr geiles Ding. Also handelt Barlos Schurkenblock mehr oder weniger von dir. Naja, Katatonia, ich habe WoW angefangen. Da war ich elf oder zwölf und ich war Nachtelfen-Hunter-Kiddy. Also alle Klassen-Blocks von Barlo handeln eigentlich von mir. Insofern, ich erkenne mich da überall wieder. Aber das ist ganz schön. So jetzt als Creator-Heini, wie auch als Gildenleitung so. Du kennst sie alle. Gut, außer jetzt vielleicht, wie wir es in WOD hatten, als wir Ray in der Gruppe hatten. Seines Zeichens über 60-jähriger Priesterheiler. Ja, das war auch für mich eine neue Erfahrung. Aber ansonsten, ich kenne sie alle. Ich kenne alle Entwicklungsphasen vom Kack-Kiddy bis hin zum Mystic-Plus-Try-Harder. Ich kann mit allen gut was anfangen, weil ich war das alles auch mal so nach dem Motto. Ich wurde vom WoW-Glumanda dann auch irgendwann zum WoW-Glurack. Und jetzt bin ich Professor Eich und lasse die Leute nicht Fahrrad fahren in meinem Laden. So, weißt du, wie ich meine? Das ist so ein bisschen der Lifestyle auf jeden Fall. So, dann mache ich es. Was ist sonst noch groß? Bei dir, Rocktool wollte nicht, oder was? Ah, er wollte schon fragen. Oh, er hat es sich unterdrücken lassen. Ja, es werde unterdrückt. Crazy. Crazy. Wann fängst du mit Classic an? Gar nicht. Classic finde ich sehr, sehr langweilig. Ich habe zwei Mad Moment Parts auf meinem Kanal, wo wir bis Level 9 gelevelt haben. Und seitdem nicht mehr groß angefasst. Aber wie soll er Fortnite spielen, wenn er den PC aus dem Fenster geschmissen hat? Ja, er kann ja einfach in eine Tanzschule gehen oder so. Das ist ja auch Fortnite spielen, ne? Tanzen ist ja auch spielen, Freunde. Früher erinnere ich mich, eine Cousine hatte so eine Tanzmatte. Ich weiß gar nicht mehr, für was. War das schon die Wii? War das schon, äh, war das schon vor allem, war das noch eine PS2 oder so? Ja, und heute ist das alles verbunden. Heute ist das alles einfach eins. So, wir sehen uns. Muss noch ein paar alte Raids absammeln. Brauche Gold für meinen Würstchenstern. Dungles Otter. Ich wünsche dir gutes Gelingen und frisches Fleisch und so weiter. Mach es gut. Mach es gut. Crate ist auch raus. Hau sie rein. Wann war es nur M-Plus-Tryharder? Ja, am Anfang. Am Anfang habe ich auch ein bisschen getryhardertrieben. So, naja, dass es alles neu und cool war. Und dann habe ich festgestellt, nö. Dann dachte ich, nö. Bis Level 9, das sind schon mal 9 Level mehr als bei mir. Ja, siehst du? Ich bin, äh, auch da tryharder, natürlich, ja. Natürlich auch da. Mein Gott, so eine Stories habe ich schon alle durch, die damals, wie wir, im Bednässer-Alter angefangen haben zu spielen. Eben, naja, genau solche Sachen wieder. Ja, liebe Mithunter, wenn wir welche haben. Ich glaube nicht, ne. Ansonsten doch, der ein oder andere. Ich habe hier die Set-Hose, könnt ihr gerne bei mir abholen. Alle durch die Bednässer-Stories, ja, in diesem Sinne. Die Bednässer-WOW-Stories, großartig. Ähm, wenn ich daran denke, dass ich bis Mitte TBC mit Angriffskraft auf meinem Lok rumgerannt bin, bis ich mal an die Hand genommen wurde und da musste ich dann über mich selbst lachen. Ja, und das ist ja super, ne. Wenn Leute auf dich zukommen, wie gesagt, wenn du eine Gilde hast, hatte ich auch von Anfang an. Ich war ja eine Hunter-Kiddy. Ich wurde als solches identifiziert und dann von netten Frauen, die meine Stimme sehr süß fanden, auch direkt an die Hand genommen und die haben mir alles beigebracht. Das waren auch Hunter-Mains und so. Und wenn das nicht so wäre, dann will ich nicht wissen, was passiert ist. Weil selbst mit dieser Art von Führung und Mentorentraining oder was auch immer, war ich ja trotzdem noch ein Kackkiddy und habe keine zuverlässigen Schüsse und so benutzt, weil ich dachte, er hat eine Zauberzeit und in der Zeit mache ich mit anderen Fähigkeiten mehr Schaden und sowas. Ja, also selbst, obwohl mich jemand an der Hand hatte, war ich scheiße. Also, großes Uf. Großes Uf, auf jeden Fall. Ich muss sagen, als ich vor zehn Jahren bei Epion Schadrador al-Raid-Lead gemacht habe, habe ich manchmal sehr gute Erfahrungen mit jungen Spielern gemacht. Die haben ein anderes Verständnis für die Klassen gehabt, haben teilweise besser gespielt als Leute, die das Game schon länger gespielt haben. Es gab da junge Leute, denen konnte man Chars in die Hand geben und sagen, mach mal. Ja, und das ist doch auch super, natürlich, natürlich, natürlich. Wir hatten auch schon Leute mit dem Raid, die waren elf. Und da gibt es sehr große Unterschiede zwischen elfjährigem XY und elfjährigem Z. Wobei auch die Frage ist, ob die dann so jung sind, ja. Aber klar, das gibt es auch. Das gibt es auch. Als ich mit MOP angefangen habe und in einem 90er Hero Dungeon war, wurde gesagt, ich soll buffen. Ich hatte keinen Plan, was das sein soll. Hab nichts gemacht, die Gruppe auch nicht. Bin dann gelieft. Oh nein. Oh nein. Wie sad. Wie sad. Oh, nee. Ich sehe das genau von mir. Hätte auch ich sein können. Ich weiß genau, es hätte auch ich sein können. Weil es war auch zu peinlich, dann zu fragen, ne. Und dann lieber, nee, muss los. Sorry, Arbeit hat angerufen oder so. Oh nein. Buff mal bitte. Alle stehen rum. Alle drehen sich zu dir um. Gucken dich an. Und du so, nee, muss los. Oh, nee, wie schön. Wie schön. Naira, Hallöchen, Grüße. Ich bin Ende BC angefangen. Hab so von mir hingelevelt. Als Stufe 40 oder so kämpfte ich mich damals noch mit meinem Hexer im Tieresfall durch die Fledermaus. Und Hundemobs. Ja, die miesen Fledermäuse, ne. Immer kurz vor Tod, weil ich komplett im grauen Gier immer noch rumgelaufen bin. Bis eine freundliche Seele sich mir angenommen hat. Ich helfe da gerne auch Frischlingen, sofern sie auch die Hilfe annehmen. Absolut. Absolut. Und ich denke, das ist uns halt so mitgegeben worden, ne. Und das ist auch nicht völlig weg. Das konnte mir auch das böse Retail-WOW nicht nehmen. Dass ich Neulingen und Leuten, die Fragen haben, weiterhin helfe, ja. Das ist, keine Ahnung, das hat man in die WOW-Kinderwiege quasi gelegt bekommen, ne. Das ist so. Macht euch nichts draus. Ich hab als Hunter mit Spelldamage gespielt. Und Stoffsachen, ja, du. Regel Nummer 1, jeder macht seins, ne. Wird zwar nicht mitgenommen, aber macht deins. So, easy game. Easy, easy game. Ich hab schon vier Jahre WOW gezockt, als ich 13 war. Von daher, auch Schmelke kennt die Abgründe, ja. Auch Schmelke kennt die Abgründe. Ich weiß noch, ob ich damals versucht habe, stark aussehende NPCs bei einer Quest um Hilfe zu bitten. Bis ich gemerkt habe, dass sie wohl nur Inventar sind. Oh, es ist irgendwo irgendwas zwischen niedlich und peinlich, ne. Es ist inzwischen strunzhohe vielleicht auch noch, ja. Solche Geschichten. Die kennen wir alle irgendwoher. Behaupte ich mal. Das ist mir auch ähnlich passiert. Ich als Hexer wurde von drei Leuten angewispert. Ich solle doch einen Schrank stellen. Ich wusste nicht, was das war. Und meine erste Reaktion war alt F4, ne. Fremde Leute sprechen mich an. Und ich muss hier weg. Ich muss hier raus. Die Wände kommen immer näher, ja. Genauso dieses Ding. Ja, ist schon heftig, ne. Ist schon heftig. Lieber lieben, als den Char löschen. Siehe Barlos BMZ, Depp des Tages. Ne. Da gibt es auch reichlich Storys. Auf jeden Fall. Wie ich begonnen habe zum WoW-Spielen, war ich mit Leuten in einer Inni und TS. Und die wollten, dass ich loote. Kein Plan zu dem Zeitpunkt, was sie wollten von mir. Inni mit dem Fackeln zum Looten. Ach, ja hier, Schwarzwelzgelöt, ne. Mit den ganz vielen Zwergen, wo man dann die Fackeln eben looten musste, um die Tore über die Kohlenpfannen zu öffnen und so weiter. Was ja mittlerweile so weit optimiert wurde, dass jeder, glaube ich, diese Fackeln looten kann, ne. Und nicht nur der, der in einer Lootreinfolge ran ist. Boah. Das war jedes Mal so, so schlimm. Ne. Da konntest du ja im Dungeon, bevor es zum Endboss ging, gefühlt eine halbe Stunde Einweisung machen. Und die Zwerge minutiös beschreiben, die die Fackeln droppen. Und boah. Ne, also das war krank. Das war wirklich richtig, richtig krank. Kannst du mich in Crafts Army einladen? Das kann ich tun. Das kann ich gerne, gerne tun. Oh, das war der Falsche, ne. Das war gerade der Falsche. Warte. So. Bron dann. Hoffe, das war jetzt der Richtige. Jawollo. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Latjos, Hallöchen. Grüße. Egal, ob es ein Troll war oder wirklich nur Zufall. Das mit dem Bluti war auch gut. Das war auch krass. Ne, da haben wir es am eigenen Leib erfahren. Im Darmflamm-Let's Play damals, ne. Richtung Silberwald. Wo mich dann auch jemand anschrieb und fragte, ey, ich will nach Silbermond und so weiter. Und dann war der ganze Part, diesen Typen nach Silbermond zu bringen. Das war sehr mysteriös. Bis heute. Bis heute war das wirklich sehr mysteriös. Und ich weiß nicht, was schlimmer ist. Wenn es kein Troll gewesen wäre oder wenn es ein Troll gewesen war, der wirklich da am Eingang zum Silberwald quasi auf mich gewartet hat, ne. Das wäre auch krass gewesen. Mit Buffen war, beziehungsweise ist er immer noch nichts als Hexer, aber zu Vanilla habe ich 25 Level lang im Chat nachgefragt, wo man Munition für einen Zauberstab herbekommen. Die Antworten darauf waren echt krank. Das glaube ich gerne, ne. Wenn du an die Falschen gerätst, dann warst du plötzlich in der Tiefenbahn und hast den Händler gesucht oder so. Hoppala. Hoppala, hoppala. Ich dachte früher, die Goblins an den Zeppelin-Türmen, die immer die Ankunft des Zeppelins rumschreien, sind Spieler. Haben mich immer gefragt, was man tun muss, um Goblins zu spielen. Ich war dem Allied-Race-System Jahrzehnte voraus, ne. Gedanklich einfach schon geplant, da gab es das noch gar nicht. Sehr gut. Sehr, sehr gute Sache. Die Leuchtedinger an den Ecken des Bossweils, das sind die Titanseelen, genau. Die haben sie gefoltert und ziehen sich da dann die entsprechenden Kräfte auch raus und manifestieren die und so weiter. Das erinnert mich an den Hunter im Schatten-Lobby, der sagte, brauche ich für Pettiel-Equipment. Ja, da denkt man, das gab es gar nicht. Aber doch, das gab es. Das gab es tatsächlich wirklich. Ich war das ahnungslose Kiddie-In-Game mit ca. 25 Jahren. Man ist immer so alt, wie man sich ingame fühlt, heißt es ja so schön. Naja, da kommen mir alle nicht drumherum. Die Geschichten zeigen auch, wie wir als Gamer mit den Spielen gewachsen sind. Oft vergessen das einige Spieler. Jeder war mal ein Noob. Eben hatte ich ja auch einen, der, ich glaube, mit früheren Time Walk and Talk Parts zu, ja, dass man das immer nicht vergessen sollte, wenn plötzlich eine ganz doofe Frage oder eine ganz doofe Aktion kommt. Danke für das Überlesen meiner Frage. Passiert manchmal, wenn über 200 Leute da sind. Hoffe, das ist verständlich. Ansonsten sage ich das gern auch so nochmal. Ich kann mich noch an meine erste Idee erinnern. Flammschlund, wie oft ich da gestorben bin. Lol, heute lache ich darüber. Ja, vor allem halt so wirklich richtig dumme Tode. Ja, man ist ja verreckt, weil weder man selber noch die Gruppe Ahnung hatte, was da eigentlich passiert. Man wusste so ungefähr, okay, der eine hat ein Schild, der tankt jetzt, aber wie jetzt hängen so und Rüstung zerreißen, man kannte ja weder die Klassen noch die Fähigkeiten. Heute kriege ich irgendwie ein Video zugeschickt, kriegst du mit einer Schlucht 20 Minuten Gameplay oder so, ja, von irgendeiner Klasse, die ich gar nicht aktiv spiele und du weißt, okay, das ist die Grundmechanik, das ist die und die Fähigkeit, dann gibt es noch 10, 20 PvP-Trades oder so, ja. Und das ist ja von der Erfahrung und vom allgemeinen Wissen auf einen selber bezogen, aber auch auf alles, was um dich rum passiert. Ja, angefangen auch bei Unterscheidungen zwischen einer Void, die Schaden macht und einer Fläche, die heilt und so weiter. Ja, das sind ja so viele Sachen, wo man einfach nur sich wirklich an den Kopf fassen möchte, rückblickend, ja. Das ist schon krass, was da insgesamt so an, ich sag mal, Gamewissen zusammenkommt, wenn man es denn so sagen möchte, ne. Krasse Sache, hätte ich das mal in der Schule gehabt. Hätte ich das mal in der Schule gehabt, Wahnsinn, Wahnsinn. Jeder muss irgendwann anfangen, von daher helfe ich auch immer, fast immer. Ja, wir sind ja jetzt auch keine Heiligen oder so, ne. Ich helfe auch, ja, ich sag mal, immer. Ja, aber manchmal bin ich auch gerade im Raid so, dann schaffe ich nicht mal eine Gildeneinladung, ja. Also das richtet sich natürlich auch immer, je nachdem, wie man selber gerade Zeit hat, aber das ist ja nur IRL nicht anders. Ja, da muss man ja jetzt nicht virtuell auf irgendwie Jesus Christus persönlich machen und irgendwie für die Sünden des Anfängers sterben, so. Das wäre vielleicht ein bisschen zu viel. Von daher, jeder wie er kann, ne. Jeder wie er kann. Erste Reise Silbermond, Unterstadt. Ich bin in Silbermond einen Tag herumgelaufen, um die Kugel zu finden. Die ist aber auch böse versteckt gewesen, ne. Die war auch böse versteckt, ja, wirklich. Das Geilste war halt, wenn auf dem Dach der Bank in Orgrimmar der fette Orquari mit Fulti 6 stand, eine Glewe und dem Bollwerk von Asinor zu Gurub-Tiger dazu. Das war der Held meiner Kindheit, Leute, absolut Boss. Ja, hatten wir auch bei uns. Ich meine, ich war ja damals noch Allianzer, ne, in Sturmwind. Und auf jeden Fall auch mit Spektralkiger und so weiter dazu, ne. Großartig. Da hatten wir alle so unsere Oberserver-Nerds, definitiv. Untote Schorken mit beiden Kriegskleben, ja. Solche Konsorten. Man erinnert sich. Man erinnert sich. Mit der Zeit lernt man halt auch, wie man sich mit welcher Klasse aus bestimmten Situationen rausfindet. Ja, natürlich. Das ist, es ist Erfahrung einfach, ja. Es ist einfach Erfahrung. Hast du jetzt einen Ingame-Whisper bekommen mit den Worten, danke, dass du meine Frage überlesen hast. Ja, das ist tatsächlich passiert. Ich rannte früher mal mit meinem Hexer in den Nahkampf bei einem Boss. Als ich Out of Mana war, um mich herum waren gefühlt nur WTF-Gesicht. Ja, auch das passiert, ne. Auch das passiert, auf jeden Fall. Ich habe damals mit sieben in PDK, nachdem Ready Check, einfach in einer Random-Gruppe Geninja pullt, nachdem die Hälfte der Leute im Ready Check nicht bereit war. Danach habe ich alles auf den Raid-Lied geschoben. Wow. So dieses Rauswinden, gerade als Kiddie, ne. Ich erinnere mich auch an sehr, sehr hohe und präpubertäre Stimmen, die dann früher immer sowas gesagt haben, wie, wenn es dann ein bisschen später wurde bei den Raids, ne. Ähm, sowas wie, äh, Leute, sorry, ich habe einen Anruf bekommen, ich muss nochmal ins Büro. So, ha, 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 hoffentlich merkt keiner, dass ich ein Kiddie bin, ne. Ich sage einfach, ihr müsst ins Büro, das merkt schon keiner. Sorry, Leute, der Chef hat angerufen, ha, ha. Ja, so, das ist, äh, ach, ja, solche Sachen. Solche Sachen, Wahnsinn. Freunde, hoffen wir auf eine schöne Stangenwaffe und Mount und, äh, all solch nice Dinge, habe ich, bevor ich meinen jetzigen Tankpartner und Lebensgefährten kennengelernt habe, nicht mal getraut, Heroinis im LFR zu machen, da ich dachte, dass ich scheiße bin. Dann mit ihm und ich bin Raiden gegangen und habe Heiler, die 30er ist über, wir waren abgezogen. Ja, so ist es eben, ne. Jede große Reise beginnt mit dem ersten Schritt und da kann sich das Unterschiedlichste dann herausentwickeln. Hätte auch in die andere Richtung gehen können, ne, aber kann eben auch so laufen. Einwandfrei, Haferkeks, Hallöchen. Also ich bin damals von Silbermond nach Unterstadt durch die Pestländer gelaufen, weil ich dachte, die Nachtelfen müssen ja durchs Sumpf landen. Ja, allgemein, das Laufen, die Routen, man hat ja keine Ahnung. Ich wusste auch nicht mal, dass es Magierportale oder so gibt, ne. Genau das sind ja diese Sachen, die dann eben zusammenkommen, ja, in einer großen Explosion der Fragen, die man sich eben nicht stellte. Ja, du hast dir ja nicht mal die Fragen gestellt, weil, warum, du wusstest nichts. Ich habe in der Gilde gefragt, warum ich die NPCs nicht down bekomme. Zwei Stunden mit einem Magier zum Boss durchgestorben, Höhlen des Wehklagens. Dann habe ich nachgefragt und da sagte man mir, Junge, du musst eine Gruppe suchen. Du stehst in der Höhle des Wehklagens in einer Instanz. Ja, genau das sind die Sachen so. Stellt euch mal vor, wir wussten irgendwann mal alle nicht, was eine Instanz ist, ne, was diese Portale sind. So, dann konnte man sich natürlich, wenn man es einmal verstanden hatte, wusste man, oh, da steht so ein Ruhestein, Ruhestein vor allem, so ein Portstein, hier ist wieder was, ne. Aber ja, so war das dann. So war das dann. Na gut, wenn ich das aktiv mitbekomme, dürfen sich solche Leute demnächst auch eine 24 Stunden Auszeit freuen. So etwas ist dreist. Chloa greift durch, Freunde. Chloa greift einfach durch. Oh Gott, ich weiß noch, wie ich damals mit sehr niedrigem Level zu weit auf die Blut-Methos-Insel rausgelaufen bin. Drenei-Startgebiet, die zweite, ne. Die ganzen höher-leveligen Mobs haben mich fast instant gekillt mit meinem grauen Gier, war am Ende so verzweifelt, dass ich einen Freund bitten musste, mich da raus zu eskortieren. Aber Drenei-Startgebiet müsste ich eigentlich auch mal wieder leveln. Ewig nicht gemacht. Ewig nicht. Mit diesem Totem-Quest und mit diesem Elektern-Rumreiten und Blut-Methos habe ich gar keine Ahnung mehr von. War da nicht Wellen und so weiter, sogar auch dabei am Ende. Krass, ne. Ewiger. Ich habe mal wieder richtig Bock auf Leveln irgendwie. Ich habe ja die letzten Monate jetzt echt nur Chars von 110 auf 120 über Time-Walk geböllert. Großes Uff. Großes, großes Uff. Kannst du bitte länger so sprechen? Ne, das machen meine Stimmbänder leider nicht mehr. Das kann ich leider nicht wohl. Ja, das war ein sehr fixer Run. Das ist eine super Sache. Da können wir einiges an Tiefenfuhr hinten dranhängen. Das freut mich tatsächlich sehr. Oder machen wir einfach noch eine Runde an Toros? Ähm, ne, wir machen lieber Tiefenfuhr. Nachher verschätzen wir uns und weil es jetzt so gut lief, läuft es dann gleich nicht mehr. Das wäre nicht so schön. Das war die Frage und das war Bronn dann mit der Gilde, ne. Okay. Liebe Leute, dann hoffe ich habe viele schöne Sachen bekommen. Und nennt jetzt schöne Sets euer eigen. Ja, die Sichel sogar. Gucke, für Kalif. Geil. Gizet die rote, die müdische. Sehr schön. Sogar eine Sense noch abgesahnt. Hier, seht ihr. Großartig. Gerade gefühlt 50.000 Mad Moments geschaut und auf keinen Fall meine Masterarbeit zu schreiben. Ja. Schreibst du einfach, machst du einen Zettel, schreibst du drauf, Craft ist schuld und gibst den ab. Dann gedacht könnt ihr ja weiter. Aber es ist ja schon lange Streamzeit, ne. Haferkicks. Schade. Schade. Jetzt wurde dich richtig, ne. Mit Elan und Liebe hättest du draufstürzen können. Ach. Blöd gelaufen. Moik du du. Hallöchen. Grüße. Und jetzt laufe ich am Plus, aber die DDs, die nicht kicken lassen, uns kein Zehner In-Time machen. Das ist generell schön, wenn sich DDs überschätzen. Das sehen wir ja auch immer wieder im Tiefenfuhl. Vielleicht sogar jetzt, ja. Wenn dann der Damage überschätzt wird, dann wird nicht mehr gedispelt, gepurcht, beziehungsweise nicht gekickt und dann gerade im Tiefenfuhl, ne, sind die Mobs immun, heilen sich wieder. Hoppla. Das ist schwierig, ja. Das ist auch immer wieder schwierig. Exakt wie ich. Ich habe am Anfang nicht verstanden, warum ein Unterschied sein kann zwischen Mobs, die dasselbe Level haben. Nur weil da so ein komischer goldener Kranz am Nameplate ist, ne. Oder generell zu unterscheiden, so wie krank es eigentlich ist, ne. Ich kann mittlerweile unterscheiden, wenn ich einen Mob sehe vom selben Typ. Von mir aus tötet zehn Kultisten oder so. Und du unterscheidest die Mobs anhand ihrer Kleidung, ihres Waffenstils oder sonst was und weist genau schon auf 100 Meter Entfernung. Das ist ein Midimob, das ist ein Caster, der beschwört was oder so, ja. Das ist ja Wahnsinn, wenn man sich wirklich mal anhand dessen, was wir gerade erzählt haben, so ein bisschen vergewissert, ja. Oder selbst ins Gesicht haut, wie viel man so allgemein einfach weiß über die Gaming-Welt als solche. Das betrifft ja nicht nur WoW, dieses Grundsystem, von wegen Caster trägt eine Robe, hat ein Dolch, Midimob hat eine fette Axt oder so. Das gibt es ja sicherlich überall, von Dragon Age, über andere MMOs und sonst was. Also, das ist halt super krank, ja. Wie viel man einfach mittlerweile weiß und sieht und von T-Mock gar nicht anzufangen, ja. Das ist krass. So, ich war nur mit Bluteuter auf Hordenseite, ne. Machen wir auf jeden Fall zwei, drei Runden. Ich glaube, die kriegen wir hin. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So, bringe ich einen Pally rein und dann legen wir los mit Fool. Ich wollte in WoW nie sterben, weil ich davor viel Metin 2 gespielt habe und wenn man da stirbt, verliert man EP. Uff, okay. Dachte, das ist in WoW auch so, ja, das ist dann auch schön, wenn man aus anderen Spielen Erfahrung mitbringt, ne. GG, wenn mein Charmy auf 120 ist, dann komme ich auf Ambrosia und fange mit DeerCraft Ali zu leveln an. Ambossar, by the way. Das ist auch so ein Ding, bis ich die Servernamen drauf hatte, ne. Weil, was zum Teufel ist denn Eredar, was zum Teufel ist denn Ambrosia? Ich meine, heute weiß man sowas, ne. Aber, wenn man sich so unterhalten hat, auch in der Schule, ja, lass mal spielen und auf welchem Server bist du? Äh, Orodus und du, Ambossarodun oder so, ja, man hat sich nie gefunden. Man hat sich nie gesehen. Kleiner Spoiler an dieser Stelle, ja. Das ist auch ein Junge und dann hast du ja irgendwann rausgefunden, ach Mensch, die Servernamen basieren ja auf irgendwelchen geschichtsträchtigen Figuren oder Rassen oder Ereignissen und so, ja. Dann habe ich irgendwann sogar Videos dazu gemacht. Crazy. Meine Frau hat eben die größte Hildenbessie, äh, die grüne, nicht die größte, die grüne Hildenbessie von Gul'dan gezogen. Fünfter Try. Ich will mich für sie freuen, aber ist schwer. Ach, nee. Das heißt, es ist nicht schön. Es ist schwierig, ne. Es ist schwierig. Ich bin sehr froh, dass ich ja aus unserem dauerzockenden Dreiergespann mit Bolias und Shailroon dazu eigentlich der bin, der am meisten suchtet, wobei mit Bolias mittlerweile schwierig. Der gute Mann eskaliert wirklich doppelt und dreifach so krass in seiner Zeit wie ich mittlerweile. Aber ich habe einfach mehr Stuff. Ich spiele ja auch länger. Naja, deswegen kann man sich in meiner Position auch immer mehr für die Leute freuen. Außer beim Inseldrachenmau und dieser Donnerschuppe, dieser miese Hund, weil man zum Glück schon alles hat. Ansonsten ist es natürlich auch schwierig zu gönnen. Man möchte gerne, aber man möchte auch gern selber das Mount. Ja, das ist immer das Problem dabei. Eins meiner schönsten Erinnerungen war zu Vanilla, ich mit dem Wari unterwegs gewesen, zu Farag. Einen ersten Run von den Schwertern, die Mainhand bekommen und mit der gleichen Gruppe hinterher noch einen Run gemacht, weil einer die Quest nicht gemacht hatte. Ja, Offhand gedroppt. GZ zum Epic Zweihandschwert. Hielt es für normal, dass sie oft droppen, bis ich dann erfuhr, dass mein Epic eigentlich sehr selten ist und mich so mancher Wari beneidet hat. So schnell kann es gehen, ne? Dieser Peitscher, ja, fettes Ding. Fettes Ding. Du solltest immer Angst haben, dass ich nicht mal ausrutsche. Ja, das ist schwierig, ne? Wenn die Gichtgriffel am Zittern sind vorne, wir kennen das sehr genau. Wenn der Gichtgriffel auf den Fettfinger trifft, ne? Dann wird es schwierig. Dann wird es sehr, sehr schwierig. EP verlieren beim Tod. Rip Music Progress. Ja, kannst einen Try machen, dann musst du erstmal wieder leveln. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber das Schwert taugt doch eigentlich gar nichts. Ja, zu classic war das bestimmt eine sahnige Sache, das erstmal zu haben. Allein, dass es episch war. War erstmal egal, was da drauf ist. Es ist episch und es hat so eine, was war das? Unheilige Waffenillusion, ne? So eine Totenköpfe. Kleine Grüne, die drumherum kreisen oder so. Heavy. Das war immer das Nervigste. In meiner Schule haben gefühlt 40 Leute gespielt, aber niemand war auf dem Server des anderen. Also war es eh egal. Ja, das war mal Kacke. Das war wirklich immer Kacke. Da sollten wir sehr dankbar für Battle.net und Co. sein und Phasing und all so ein Gelöten haben. Das Ding ist halt, dass ich über 500 Tries auf ihn habe. Das tut weh. Aber wenigstens bei beiden eine 5 drin. Immerhin. Bei dir nur ein paar Nullen mehr. Freunde, wir machen Tiefenfüll. Endboss-Only-Run. Wer mitkommen möchte, serverübergreifend für die Horde. Gruppel-Lol. L-O-H-L für das Mount. Fühlt euch gerne frei. So, wo sollte man am besten Inselmounts fahren? Normal oder müssig? Ich bin mir nicht sicher, weil ich habe in allen Schwierigkeitsgraden, außer Hero glaube ich, normal und mystic habe ich jeweils eins bekommen. Ich kann dir leider nicht sagen, ob die Drop-Raten mittlerweile angepasst sind. Ob du in mythisch generell die Chance hast, mehr Loot zu bekommen. Ja, was dann egal wäre. Weil wenn du eine mythische schaffst, schaffst du in der Zeit drei Normals oder so. Das relativiert sich. Von daher ist genau das der Punkt. Ich glaube, egal wo, es relativiert sich einfach mit der Zeit. Kraftdinger, wenn dein Account-Rip geht, über was wärst du am meisten sad, sauer, whatever, mock-mount, die ganzen Chars. Einfach alles. Über die Zeit, die drinnen steckt. Über die Erinnerungen an den Chars und irgendwelchen Sachen, die ich auf der Bank habe und so hängen. Ja, also damit verbindet man ja so das meiste. Ansonsten wäre es ja gar nicht so das Problem, irgendwie ein neuer Account oder irgendwie, weiß ich nicht, einen neuen Char anfangen und so weiter. Über das, was wirklich weg ist, weil du lockst dich ja ein und siehst quasi, ist das die Gilde von dem YouTuber Craft 1, 2, 3, 5, 4? Nö. Hi. Ja. Geil. Nevilina, wir nehmen dich dann gleich im nächsten Run mit. Nehmen wir hier jetzt noch unsere beiden D-D-Ds und dann wird ihr schön attackiert. Ja, über das, was quasi an den Dingern hängt. Ja, weil du lockst dich ja ein und bist im Charakterbildschirm und da schießen dir ja schon so 700 Gedanken durch den Kopf. So ganz unterbewusst. Ja, ich gucke mir nicht jeden Tag meine Charakterliste an und reibe dann so am Bildschirm ganz traurig lang und erinnere mich dann an die guten Zeiten mit dem und dem Char in der und der Aktion oder so. Aber es sind ja so, so viele Sachen, die man eigentlich gar nicht aufzählen kann, mit denen man Sachen, Leute, Erfahrungen und sonst was verbindet. Das alles, kompakterweise, das würde ich sehr vermissen und dem würde ich auch sehr, sehr lang hinterherweilen. Das haben wir jetzt, unsere gute Jana hat zum Beispiel einen neuen Account angefangen und hat da jetzt Probleme wie, kann ihre normalen Namen nicht nehmen, weil die noch auf dem alten Account noch nicht richtig gelöscht sind. Und allgemein muss alles neu machen und Haustiere und sonst was für Sachen. Ja, da haben wir mal drüber gesprochen. Sind jetzt schon alle da? Oh, ihr habt schon geportet. Ja, auch super. Ich stehe mit meinem Portal. Ein Männlein steht im Walde und so weiter. Ja, also das sind ganz viele Faktoren, die da zusammenkommen und ich glaube auch viele, die man gar nicht so auf den Schirm hat, bis es dann zu spät ist, wenn es denn dann so wäre. Ja, so nach dem Motto, du weißt es erst zu schätzen, wenn es dann nicht mehr da ist. Ja, und da kommen sicherlich noch ganz, ganz viele Faktoren dazu, ganz abgesehen von so Standardsachen wie jetzt Gold und, weiß ich nicht, Ressourcen und Berufspunkte und all so ein Gelöterfolge. Ja, alles so ein Kram. JoCraft, JoStefan, was hältst du von frittierten Apfelringen als Onion Ring, Onion Ring vor allem, Ersatz? Finde ich gut, bin großer Fan von allem, was man so ein bisschen mit Obst machen kann, ne? So einlegen und überbacken und einfach so backen und auf die Backe hauen und all solche Dinger. Da bin ich an sich voll dabei, auf jeden Fall. Ob das das ersetzen kann, das weiß ich nicht. Aber an sich, alles was man so mit gerade Äpfeln und so machen kann, ja, das ist erstmal eine geile Sache und da kann man bestimmt auch einiges ersetzen. Bestimmt auch Menschen, ja, der Tag wird kommen, wo der Apfel den Menschen ersetzt. Das ist alles nur eine Frage der Zeit. Zu Classic hast du das Ding bis zu deinem 60er Epic getragen, weil nichts anderes mehr Waffenschaden gemacht hat und all deine Skills waffenschadenabhängig waren. Ja, das ist ja auch so, bei Kriegern sehe ich ja überall, egal ob beim guten Stevinio im Blog oder allgemein bei jedem, der irgendwie auf Twitter ist, beim guten Lausbub letztens auch gesehen, ja, diese Wirbelwindachs vom Krieger, ja, die du irgendwie mit 30 holen kannst, die eigentlich für 40 ausgelegt ist und dann hast du dir halt erstmal 10, 20 Level oder so an, ja. Das ist halt nochmal ein bisschen anderes Scaling auch natürlich, wobei wir uns natürlich auch über erhöhten Waffenschaden freuen, ja. Ich habe jetzt momentan auf dem Decay, wird auch demnächst in Mad Moments noch reichlich angesprochen werden, wenn es nicht sogar schon der Fall war. Mit dem Decay habe ich ja die Waffe gezogen aus Königsruhe, die Zweihandwaffe. Und die hat ja eine Chance, einen Blutungseffekt auf den Gegner zu hauen und dieser Blutungseffekt, der macht Schaden und wenn das Ziel während des Blutungseffekts stirbt, dann heilt man sich nochmal ein bisschen gegen, so. Und dieser Blutungseffekt, der kommt natürlich dann gerade sehr oft, gerade wenn du unheilig Decay spielst, da hast du ja Fähigkeiten wie unheilige Raserei, wo du Tempo bekommst, dann natürlich, wenn sowas wie Kampfrausch läuft, du haust ständig diese Blutung drauf. Und diese Waffe ist 440 mit Sockel. Ja, das heißt, der Waffenschaden wie auch dieser Debuff, die skalieren natürlich durch das Titanforge mythisch plusgelöht, ordentlich nach oben. Und ich habe Fights, da haue ich als unheilig Todesritter alles von Armee der Toten über fucking höllische Ketten und sonst was, haue ich alles rein, was geht. Und womit mache ich den meisten Schaden im 10er-Aufwärts-Plus-Boss-Kampf mit Schnitt des Todes? Da mache ich 10-20% meines Gesamtschadens nur mit dem Dot-Effekt dieser Waffe. Ja, also das ist etwas, was wir in BFA natürlich auch noch in dieser beziehungsweise ähnlicher Form haben, wenn auch nicht mehr ganz so krass abhängig, ja. Aber wenn doch mal, dann richtig, ja. Dann natürlich richtig und jeder Melee wird es natürlich kennen, Nahkampfangriff ist immer noch, zumindest bei denen, die ich spiele, im Schadensmeter auch relativ weit oben natürlich mit verankert, ja. Und wenn du da schöne, fette Waffen hast, die natürlich gut mit reinhämmern und rein skalieren und gerade als Shami dann mit Windzornangriffen oder so, das ist natürlich einfach lecker. Ja, ja, das schmeckt und das merkt man natürlich auch nah wie vor, wenn auch vielleicht in grundsätzlich anderem Ausmaß oder eben, dass man auf andere Sachen noch mitguckt, ja. Auf die 300 verschiedenen Second-Stuts oder was auch immer. Pullen wir auch noch dazu, Junge, jawohl, Pilgo, ja schön mit seinen einwandfreien visuellen Effekten bei den Eonah-Samen. Dann, nice Sache. Ich könnte mich nicht von meinem Account trennen und einen neuen anfangen. Nö, ich auch nicht. Also, da wüsste ich jetzt nicht, wie viel Geld man mir dafür bieten würde oder was für ein schicksalshaftes Ereignis kommen müsste, dass sämtliche Blizzard-Server gelöscht werden oder so. Also, freiwillig würde ich das jetzt auch nicht sagen. Ich starte mal neu, nee. Gar keine Lust. Dann hätte ich ja jetzt auch Classic spielen können. Von daher. Ich wüsste nicht, ob ich normal WoW zocken würde, wenn der Account weg wäre, auch wenn ich zur Zeit inaktiv bin. Ja, wie gesagt, es hängt eben einfach viel dran. Und wenn man generell jetzt sagt, Mensch, ich spiele sowieso ein bisschen, ich sag mal, segmentierter oder dosierter insgesamt. Ja, ich gucke zum neuen Content rein, ich mache ein bisschen meinen M+, ich hole vielleicht meinen Curve oder auch nicht oder was auch immer. So, dann ist es natürlich erstmal komplett demotivierend zu sagen, ja, und vor allem darf ich jetzt erstmal mit einem neuen Schar wieder 120 Level machen. Da können die Aufholmechaniken toll sein, wie sie wollen. Aber er hätte da auch sowas von gar keinen Bock, ne? Ist doch lecker gebackene Apfelringe. Ja, wäre ich auch dabei, Cortix. Hallöchen, grüße. War es nicht der Döner, der den Menschen ersetzen wird? Ja, aber die Frage ist natürlich, wird der Döner wirklich alle Menschen ersetzen? Oder können dann einige auch vom Apfel noch ersetzt werden? Ja, da müssen wir nochmal genauestens schauen. Gnolde, Agrano, hallöchen. Und Theo, Mensch, ein Schritt ja zwei Jahre näher. Jawoll. Wir machen kleine Schritte, aber wir kommen vorwärts. Theo, Dankeschön für deinen Support. So, kommen wir hier rüber. Gehüpft zufällig. Ah, wunderbar. Hier gucke ich sogar mit Mount. Jawoll, das können wir auch machen. Mit dem Mana-Säbler. Hier auch wieder die Krabbe am Stissel. Ah, ja, Pilgras, siehst du. Hat sich die auch schon gegönnt. Ich war ja faul vorne, ne? Ich brauche jetzt erstmal noch ein paar Wochen, bis ich dieses ganze Labor gelönt mit den Elementaren und Experimenten richtig durch habe. Und dann gucke ich mir auch mal den ganzen, ich sag mal, Nebenkram von Nasiathan auch an. Bisher hält es in Grenzen. Die Waffe, die du meinst, ist die beste PvP-Waffe. Ja, ich habe jetzt auch mit meinem Unheilig-Tree auf meinem Decay, mit meinem Second-Spec, ja. Da habe ich jetzt tatsächlich auch Richtung 440 Equip. Da habe ich jetzt langsam auch die 450er Acerid-Teile. Und dann mit der Waffe ins PvP. Das wird lecker. Das wird, ich glaube, da kommt der ein oder andere schöne Unheilig-Pvp-Part bei raus. Mit 440 und dieser Waffe, Junge. Mhh, das wird schmecken. Und Acerid-Trades. Hoho, das wird nice. Oder Essenzen, besser gesagt. Ich habe Bock. Da nehme ich auch die 10 Minuten Wartezeit. Wenn das dann funktioniert. Oh, da kam der 4 tatsächlich durch. Ja, das ist immer ein bisschen das Problem, ja. Ja, da sehen wir es. Da guckt man einmal nicht hin und zack, zerab, hast du 1000 Mobs mehr am Hintern, obwohl du die gerade skippen wolltest. So muss es los. Bisschen die Keule schwingen. Aber nein, ihr Ferkel. Ich gehe nur im Baseballspiel. Ja, gut. Lässt sich ja trotzdem kombinieren, bestimmt. Oder? Da kann man bestimmt ab und zu auch eine Pause machen auf dem Feld und mal kurz, weiß wir nicht, die Klöten lüften oder so. Fresh, ja, mach's gut. Viel Spaß. Schwing schön die Keule für uns mit. Wir sind gleich schon beim Endboss. Wir sind hier super sauber durchbekommen. Haben aber auch eine Gruppe, wo, glaube ich, alle über 400 haben. Ich auch hier über 410 sogar. Da geht das natürlich nochmal ganz gut. Oh no, da kam ein Würmchen raus. Aber den habt ihr im Griff. Und dann guckt ihr, wie sie den zersäbeln da, Junge. Einmal den Stun mit rein. Zack, zerab. Ein Todesblitz kommt durch. Und dann ist er aber auch schon verabschiedet, dich von deiner Exodia. Sehr schöne Sache. Sehr, sehr schön. Einige Menschen wurden bereits von der Nuss ersetzt. Und zwar von der Dummen. Das ist leider wahr. Wie, hä, hä, hä? Wie wurde der jetzt auch noch gepullt? Wie? Was ist passiert? Haben wir irgendein Pad, was die Viecher pullt? Oder was ist da auch noch draußen, Freunde? Jetzt wurde ja auch noch wieder geführt. Also, irgendwer schläft hier sehr massiv, glaube ich. Und ich habe Angst, dass ich es bin. Aber wir versuchen mal so ein bisschen Schadensbegrenzung zu machen. Ich hätte nicht loben sollen, ne? Sobald du lobst, sagt Blizzard, nee, so nicht. Und dann passiert irgendwas Krankes. Es ist immer so. Man darf das nicht machen. Man muss sagen, Mensch, was für ein Scheiß-Run. Dann haben die WoW-Götter erbarmen mit einem. Dann funktioniert das. Baseball wird immer mit zwei Schlägern gespielt. Ja, sehr gut. Aber mit drei noch einen Mund, so ein bisschen Zorro-Style. Das funktioniert mit Sicherheit auch. Natürlich. Natürlich, natürlich. So, Freunde. Wir schauen uns den Endboss an. Wir warten nach wie vor auf den allerersten Mount Drop hier in unseren Kreisen. Ich bin sehr gespannt. Ich opfere mich auch gern für die Gruppe. Wenn ihr sagt, Mensch, du kannst gern das Erste haben, dann nehme ich das auch gerne. Ja, wenn der Boss jetzt sagt, na gut, hier ist mal eins, wäre ich voll dabei. Dann muss ich einfach sagen, ich wäre da wirklich voll dabei. Ich werde mich früher oder später in Kaffee verwandeln. Aber gut, da gibt es auch schlimmere Schicksale, oder? Da gibt es bestimmt genug Buddhisten, die gerne als Kaffee wiedergeboren werden würden. Bin ich mir ja fast schon sicher. Crackbite. Morion. Hallöchen. Hallöchen. Wir haben heute in einer Testklausur, nein, ihr habt heute in einer Testklausur geschrieben. So. Damit die Leute kapieren, wie das funktionieren soll und so. Fünf Testfragen. Tausend Prozent Chance, alles richtig zu machen. Trotzdem scheiterten drei von 18. Leute, an der Multiple-Choice-Frage. Was ist ein Fahrzeug mit den Auswahlmöglichkeiten? Fahrrad, Haus, Auto, Zug, Leiter. Und dann kam noch die Frage, Fahrrad, ist das ein Fahrzeug? Die Welt ist so am Arsch. Ja, man ist komplett im Eimer. Ähm, eine ehemalige, wie beschreibe ich die damit denn? Mit Feierin. Früher in diversen WG-Partys mit den Jungens. Die ist Lehramtsstudentin und ist jetzt irgendwie schon zwischen Arbeiten, Work and Travel und Abschlussarbeit gefangen und so weiter. Und die haut in ihrer Insta-Story auch immer richtig schön so die, äh, Klassenerfahrungen raus. So fünfte, sechste Klasse, ja, siebte maximal. Ey, und es ist, es scheitert beim Lesen von Sätzen, ja. Es mangelt selten an Getränken in der Lehrertasche, aber es scheitert beim Bilden von Sätzen. Also das, ich bin wirklich, ich weiß nicht mehr genau, wie es bei mir war, aber ich hatte erst ziemlich spät tatsächlich das Gefühl, dass einige Leute wirklich ein bisschen sehr dumm sind, so. Und das war noch nicht in der fünften Klasse. Also es ist schon krass, ja. Ja, da war letztens zum Beispiel, war die Aufgabe in einem Merksatzkasten, ein rot umrahmter Merksatzkasten. Und da stand irgendwie ein Merksatz drin, überraschenderweise. Und darunter war dann so ein Anwendungsbeispiel, danke für die Gruppe, Boys, danke fürs Mitkommen. So ein Anwendungsbeispiel anhand des Merksatzes, es ging um Nomen, ja, groß, kleinschreiben und so weiter. Und da war dieser Merksatz zum Nomen und darunter war eine Geschichte über einen Igel. So, und dann hat sie so beschrieben, wie sie es macht und die Klasse ja auch kennt und dass sie erst mal den Merksatz laut vorlesen lässt, damit es auch jeder hört. So, dann hat sie doch mal gefragt, hat jeder verstanden den Merksatz und was ihr jetzt machen sollt? Die sollten ihn abschreiben in Hefter, ja, und zwar farbig. Farbig den Merksatz in den Hefter schreiben, hat das jeder verstanden? Ja. Fragt sie random ein, ob er nochmal die Aufgabe wiederholen kann, konnte er nicht. Erklärt sie nochmal, so. Und dann sagt sie, Attacke. Dann geht sie rum, geht der erste Finger hoch. So, sollen wir jedes Wort in einer anderen Farbe schreiben? Sagt sie, nein, geht sie weiter, hat es schon einer gemacht. Hat den Satz in jeder unterschiedlichen Farbe geschrieben. Geht sie noch weiter. Schreibt einer nicht den rot umrandeten Merksatz ab, sondern die Geschichte mit dem Igel. Steht da nicht irgendwie ein Nomen erkennt man darunter, sondern der Igel lebt in Laub auf. Ich meine, das ist witzig. Ich kann mich da wegschmeißen, ja. Das ist witzig, das ist auch niedlich, aber das ist irgendwo auch schon wirklich sehr, sehr dumm und bedenklich. Das ist irgendwie, das ist so, wenn ich das lese, ist das so hundertprozentig Dream. Ich glaube das nämlich auch. Das ist irgendwas zwischen Verzweiflung, witzig und niedlich. Ja, also, ist schwierig. Das ist, ich finde das, ich könnte das auch nicht. Ich würde da ausflippen. Ich würde da komplett, Alter, das ist schlimmer als Eona erklären. Wisst ihr, wie ich meine? Von wegen, da sind vier Kristalle, jeder nimmt einen. Welchen Kristall soll ich nehmen? Kann ich alle Kristalle nehmen? Sollte ich nur den roten nehmen? Ja, so in dem Motto. Oh, nee, also da werde ich auch echt schwach, wenn ich da immer eine neue Insta-Story sehe. Dann freue ich mich immer, weil das sind dann so die Berichte entsprechend, ne. Und dann, wie gesagt, gab es auch noch, wie gesagt, so fünfte, sechste Klasse. Öfter, wie gesagt, ging jetzt nicht. Snotterl, grüß dich, alles gut bei mir. Und war tatsächlich das Thema Briefschreiben. Ja, gibt es noch. In den Schulen wurden noch der Richtige an Briefe schreiben. Muss man sich mal vorstellen hier. Sender, Empfänger und solche Sachen, ja. Und dann sollten sie das quasi richtig auf den Briefumschlag machen und eben einen Brief schreiben. So, und dann hat sie die besten Briefe quasi, ja, rausgenommen. Ja, und so ein bisschen in der Insta-Story gezeigt. Also abgeschrieben jetzt ohne Namen. So Datenschutz wird großgeschrieben, wissen wir sehr genau. Und wisst ihr, was wirklich die meisten Briefe waren? Sollten nur so ein kleiner Satz sein, ne, so vom Aufbau her. Und schrieb dann quasi sowas wie, hey, ich möchte heute Nachmittag Fortnite spielen, aber ich darf nicht, weil ich lernen muss. Und so waren wirklich die meisten Briefe in der fünften Klasse mit Fortnite. Ach man, das ist wirklich sehr, sehr schön. Schön. Seit wann ist Dream dumm? Weil, nein, Dream ist nicht dumm. Dream ist nur immer noch in der fünften Klasse. Das hat nichts damit zu tun. Kann sein, war nicht im Deutsch-Leistungskurs. Dream war im Eagle-Leistungskurs. Das ist viel wichtiger. Das ist viel, viel wichtiger. Ach man. Du, Thema Wein hatten wir ja gestern. Mann, was glaubst du schmeckt Rot-Weiß-Rosé? Ich glaube, ich wäre eher Rotweintrinker. Das kann ich dir aber auch nur sagen, weil ich die verschiedensten Weine inklusive Tetra-Pack natürlich schon mal gekostet habe. Und wie gesagt, zum Weihnachtsbraten bei Oma gibt es immer mal einen schönen roten, so. Den kann man sich mal gönnen, ne, aber ansonsten, ja, ansonsten hält sich das in Grenzen. Aber da haben wir ja Fremdwerbung im Stream. Ich kriege ja so einen Hals. Skeptik, das ist ein ganz schönes Armutszeugnis, ne. Um Gottes Willen. Ich will das ja nicht haten, aber ich hoffe, jeder, der darauf reinfällt, dem faulen einfach die Hoden ab, ne. Das ist ja, hallo, ist ja unangenehm, Freunde. Das ist ja beschmutzen. Das ist, äh, das war auch ganz witzig. Das war auch ganz witzig. Wie mach ich das jetzt? Wer hat keinen Namen nennen? Ich möchte auch keinen irgendwie besearchen oder beleidigen. Aber damals, als wir, ähm, erzähl ich kurz dann hier die Gruppe auf. Als wir, äh, damals, so die, äh, ersten Stream-Erfahrungen so gemeinsam in der WoW-Content-Creator-YouTube-Ecke hatten, ne. Und jeder ist so bei jedem rumgesprungen. Und wir haben so einmal die Woche gestreamt und hin und her und dies, das. So, und dann hat man sich so untereinander kennengelernt. Und dann, ähm, war auf einmal wer Neues da, ne. Jemand, der schon länger auf Twitch war und so. Und dann waren alle so, hey, du bist ja auch hier und so. Und ich hab dann geschrieben so, ja, den Namen kenn ich aber irgendwie nur vom Werbungsspam aus dem Handelschannel. Oh, das war auch schön. Das war auch schön so. Also, mich würde es mega abfacken, wenn man mich immer als den Typen kennen würde, der überall seine Werbung fremdspampt. Da wisst ihr, was ich meine. Oh, das war auch schön. Alle grüßen ihn. Ich so, ja, kenn ich gar nicht. Bist du nicht der, der immer nur die Werbung spamt irgendwie im Handelschannel? Das war schön. Dann so die Anfangszeit, ne. Keiner kennt irgendwen. Alle hassen sich, aber alle lieben sich auch. Das war höchst interessant. So, Gruppe LOL, Freunde. Ich denke, dass deswegen, wer mitkommen möchte, serverübergreifend für die Horde, fühlet euch gerne frei. Tut mir übrigens leid, dass ich dich zum Wein gebracht habe. Das mit dem Stück Scheiße war doch liebevoll gemeint auf Twitter. Ja, weiß ich doch. Hab ja dann auch gelächelt in dem GIF am Ende. Warum ist eigentlich Nummer 1 Twitter-Trend in Deutschland ein Stück Scheiße gewesen? Das war hier, äh, dieser eine Prozess, wo sich, wer war denn das überhaupt? Hab den Namen schon wieder vergessen, obwohl man ihn kennt. Ähm, eine, äh, bekannte Dame. Ihr werdet es gleich sofort im Chat, den Namen gespammterweise sehen. Gerichtlich irgendwie, ne, Beschlüsse, die Stars wegen Hetzerei und, äh, Facebook und miese Kommentare, wo sie beleidigt wird als untervögeltes Stück Scheiße und sonst was. Und die Gerichtsentscheidung war irgendwie, ja, das muss man sich gefallen lassen. Richtig krank. Klick mal drauf. Ja, haben dann auch einige geschrieben, lies mal, was da steht, Diggi. Und, ähm, war auf jeden Fall wieder krank, ja. Renate Künast, genau. Und war, war auf jeden Fall wieder, äh, komplett krank. Also, ich hab das wieder gelesen und dachte so, äh, 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 was zum Fick, ja. Hier könnte ihre Werbung stehen, das ist wahr. Ich mach erstmal Gruppe auf. Und, also, dem Stück Scheiße-Trend zu folgen auf Twitter lohnt sich, aber ist krank wieder. Ist wirklich komplett krank auch. So, Pilgur wieder dabei, das ist super. Dann haben wir, äh, dä, 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 das ist auch sehr schön. Dann haben wir die nächste Gruppe fertig. Dann machen wir gleich noch einen dritten Run. Einen Run, 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 das ist super. Da hätten wir sogar noch einen Tank und einen Heiler gleich für den dritten. Kann ich mit dir D kommen, das ist super. Wir starten aber erstmal den zweiten. Mit unseren lieben Schurken werden wir, äh, skippen. Und zwar das Rundell beim zweiten Boss. Ich sag das nochmal anderen, ja, deswegen, äh, macht keine Ninja-Big-Puls bitte, dass wir das ein bisschen koordinieren können nach dem ersten, vorm zweiten. Schöne Sache. Schöne Sache, schöne Sache. Besser spät als nie. So sieht das nämlich aus. Na, das ist ja mal geil. Der Richter ist so eine Entscheidung wohl auch ein ziemliches Stück Scheiße. Das war so das Fazit, ja. Ich hab's versucht jetzt so allgemein wie möglich irgendwie anzureißen. Äh, keine Ahnung. Man fühlt sich manchmal so ein bisschen weltfremd, ne. Man fühlt sich bei sowas immer so ein bisschen weltfremd. Beatrix von Storch, weil, nee, die, äh, andere Richtung. Andere Richtung. So, Freunde. Wir legen los. Los geht das hier. Sehr schön. Die Skrappenmaude. Ich hätte das auch gern. Ich hätte es tatsächlich auch gern. Und beim dritten schaffe ich's dann auch wieder nicht. Ja, wie, mal, nee, klar. Deswegen machen wir doch den dritten. Klar, das wird was. Das wird was. Das Heiler-Slot für den dritten, äh, ist an dieser Stelle jetzt einfach reserviert. So, ne, so einfach machen wir das dann. Wenn ich eben schon gesagt habe, dass sowohl der nette Tank, der sie eben gemeldet hat, als auch der nette Heiler, da dann Tank und Heiler machen können, dann können wir das durchaus für den dritten Mal so machen in unseren Dungeon Runs. Oder da fühlt sich, denke ich, keiner auf den Schlips getreten. Das würde mich sehr wundern. Ja, man kennt das ja, ne? Der eine Mann, für den man schwul werden würde. Aber, äh, ja, ich glaub, ich sag, nee, ich sag gar nichts mehr in der Richtung. Sonst sind nachher wieder Clips von mir irgendwie mit bei diesem Hashtag verlinkt, Alter. Das wollen wir lieber nicht machen. Ich sag gar nichts dazu. Ich bleib bei dieser allgemeinen, äh, Ansprache, wie ich das eben versucht habe, so zu umreißen, ne? Sonst ist das wieder, krieg ich wieder wütende Anrufe von irgendwelchen Eltern, ne? Mein Kind sagt hier ständig, Lel, Allah, was soll denn die Scheiße? Äh, was sagst du zu den Schattenlanden, die nach dem finalen Kampf in BBVA kommen sollen? Ja, eine von vielen Möglichkeiten, ne? Wir sprechen schon seit 2017 darüber. Die Leaks sind alle, meiner Meinung nach, untereinander. Wir haben ja jetzt an die 20 oder so, ne? Sind die nicht wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher. Wir haben unfassbar viele Story-Stränge in BBVA. Von daher kann das so kommen, kann aber auch nicht, ne? Wenn's so kommt, okay. Aber in allen Leaks findet man, umso länger man die anschaut, in den vermeintlichen Leaks, ja, auch immer irgendwas, was sich widerspricht. Von daher, äh, ja, kann so ähnlich kommen, muss aber nicht, ne? Mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. It's not gay if it's Ricardo. So, du, so sieht's nämlich aus. Wir haben ein bisschen Allgemeinbildung hier streuen. Ach, weißt du, ey, The Lord. Seit zwei Tagen bin ich immer den ganzen Tag und bin wieder total durch damit. Ein weiterhin müdes Hallo, zweischer Lord. Ich grüße dich. Naja, wenigstens in den, äh, in den Endminuten hier unseres heutigen Streams noch mit reingehauen. Ne, Einwandfreiheit. Sogst du auch mal Klassik? Ne, auf keinen Fall. Hier, einer der größten deutschen WoW-YouTuber mit seiner Meinung zum Fall Künast. Dieses Hashtag-Stück Scheiße, ja. Genau so werd ich dann wieder zitiert, Alter. Genauso, vor allem, ich sage, ich sage wieder. Dabei ist das zum Glück noch nie passiert. Da hab ich auch gar keinen Bock drauf, Alter. Oh, da hab ich gar keinen Bock drauf. Da kannst du dann immer nur hoffen, sobald irgendwie irgendwelche Gamer, YouTuber, Streamer, Influencer, ja, in den Pranger gestellt werden, dass irgendwie Etienne dazu einen Witz tweetet, sodass sich das auf ihn dann umschwenkt. Von daher, das ist die einzige Hoffnung, die dann bleibt in diesen Momenten. So, Freunde, wir machen da vorne gleich noch die drei Blups. Dann werden wir, äh, uns aufstellen auf Mountain und dann werden wir mit dem verhüllenden Nebel des Schurken die ganze, äh, Räumlichkeit des nächsten Bosses einfach Shroud skippen. Geile Sache, oder? Geile, geile Sache. Ich freu mich morgen auf das Gesicht der Krankenkassenmitarbeiterin. Ich hab jetzt einfach mal, ne, gegendert, Junge. Der war ja beim Doc und der hat mit dem ein schönes Telefonat geführt und ein paar Dinge gefaxt. Und jetzt kann ich morgen den Wisch mit der Kostenübernahme abholen, na, gucke, für die OP bei dem netten, jungen und kompetenten Menschen von gestern. Das ist schön, oder? Das ist sehr, sehr schön. Freut mich, dass das geklappt hat, auf jeden Fall. So, wir machen uns ready. Und dann werden wir hier gleich reichlich durchschrauden. Ist das nicht geil? Ich freu mich so, diesen Mist hier einfach skippen zu können. Gucke, mit Timer, Freunde. Oh, mit Timer, ich freu mich, ja. Großartig. Über die Wiesen und durch den Wald zu Großmutters Haus fahren. Wie er würde Eric Cartman jetzt wieder singen. Mal gucken, ob wir das hier auch nochmal schaffen. Das war ja gestern Premiere, dass wir auch die Skelette noch skippen konnten. Das ist, glaube ich, keine Selbstverständlichkeit. Bleibt's auch nicht. Aber man kann's ja immer mal versuchen. Ob wir jetzt den Wurm alleine pullen oder die Skelette-Heinis noch mit. Das ist ja jetzt nicht so das Problem. Glaube ich zumindest. Denk ich, hoffe ich. Rasa Ghul, Bronifius, grüße euch. Hallöchen. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Meine Mutter hasst das Wort Influencer. Ich hasse das auch. Ich hasse das auch. Aber, pass auf, ich war ja beim Brunch-Geburtstag meines Opas. Mein Opa, 70. Geburtstag. Entsprechend alte Nachbarn, Freunde und Kollegen da. Und natürlich wurde ich auch angesprochen. Nachdem mein Opa das so gesagt hat. Ihr habt den Tweet hergesehen. Was ich mache und so. Hat mich auch einer gefallen. Wie funktioniert das da? Verdient man damit Geld? Ja, so die Klassiker halt. Eigentlich egal, was du machst. So die klassischen alte Leute fragen. Wobei ich sehr froh bin, dass viele alte Leute so in meinem Bekannten- und Familienkreis als auch im Bekannten-, Freundes- und sonst was-Kreis von Familienmitgliedern alle nicht total bescheuert sind. Das ist super. Das sind alles nette Leute. Die sind aufschlussbereit. Die haben ein ehrliches Interesse, das zu erfahren. Heißt, war jetzt keine totale Meme-Situation. Na, das ist echt super gewesen. Und da wusste wirklich, dieser nette Opi, mit dem ich mich unterhalten habe, lasst ihn zwischen 70 und 80 gewesen sein. Der hat auch gefragt, dann bist du sowas wie ein Influencer? Und ich so, ich erstmal komplett weiß, ich hab grad mein Vokabular rentnerfreundlich umgestellt. Und auf einmal haut er mir die Begriffe entgegen. Und ich denk so, warte mal. Wir müssen uns mal unterhalten. Also das war auch ganz interessant. Da guckst du, da wunderst du dich. Da wunderst du dich, wie die am Stissel sind. Ja, ist krass. So, Freunde. Wir sind gleich schon wieder unterwegs Richtung Endboss. Das ist eine leckere Sache. Komm mal da dran vorbei. Wir versuchen es. Let's fucking go. Ah, natürlich, wir als Druiden und Co. können die natürlich super skippen. Aber schafft es auch der Rest? Ja, das sieht gut aus. Freunde, das ist ja hier ein hervorragender... Ne, ich sag's nicht schon wieder. Ich mach es nicht schon wieder. Ich hab aus eben gelernt. Aber es sieht echt gut aus bisher. Ja, jetzt hab ich's doch gesagt. Jetzt hab ich's doch gesagt. Ach, Mann. Kann mal Blizzard was machen beim Dollar-Loading-Screen? Das wär super, The Prime, oder? Das ist auch mein allergrößter Wunsch. By the way, boys, wenn heute alles gut läuft, dann wird's ein Rechner-Update geben. Denn, äh, Bolias ist bereit, alles zusammengesucht zu haben und den Bestell-Button zu drücken. Das heißt, es wäre alles soweit erstmal auf dem Weg, ne? Versuch Nummer zwei steht quasi in den Startlöchern. Daumen drücken. Daumen drücken. Dass das diesmal alles funktioniert. Ich bin super gespannt. Kürzer, nicht länger. Ja, das wär auch krass, ne? Der Dollar-Loading-Screen, der geht mir zu schnell. Ich muss mich mental auf die Stadt vorbereiten. Das wär auch mal ne Ansage. Auf jeden Fall. Sie möchten, dass wir den Dollar-Loading-Screen noch länger machen? Dieses Problem ist uns bekannt, ne? So nach dem Motto. So nach dem Motto. Ja, im Internet machen wir Sachen länger. Weiß man doch, dass es absolut war. Zumindest, wenn man meinem E-Mail-Postfach glauben darf. Uwi hat Bibi auf Dauer-Abo und Danz zu Katja Krasavitsch's Doggy zu Hause. Ich glaube, so schlimm ist es nicht. Aber man wundert sich, ne? Man wundert sich. Kommt halt auf ARD und Co. Ja, okay. Ich unterschätze das. Ich unterschätze das mittlerweile, wie auch unsere lieben Rentner tatsächlich da am Start sein können. Also, sie verstehen natürlich vieles nicht. Aber sie stellen auch nicht mehr, ich sag mal, so seltsame Fragen, wie noch vor fünf Jahren. Ja, also wer da Lust hat und das, wie gesagt, haben zum Glück viele, sicherlich nicht alle, aber viele in meinem Kreis oder im Kreis, wie gesagt, der Großeltern oder wer auch immer. Und das funktioniert. Das funktioniert tatsächlich. Wie ist Versuch 1 eigentlich geendet? Du, das weiß ich auch nicht. Vielleicht kommt auch noch ein zweiter Rechner an oder auch nicht, aber es ist halt kein Geld geflossen, ne? Von daher so, es meldet sich auch keiner mehr. Ich weiß nicht, ob die Leute jetzt insolvent aus der Stadt gejagt oder allgemein nicht mehr so kommunikationsfreudig sind. Aber da von meiner Seite aus kein Geld geflossen ist, so habe ich jetzt gesagt, war noch diesen Monat. So, und Boliath hat auch gesagt, Digi, ich baue dir das auch gerne nochmal alles auf. Und darum nimmt das jetzt einfach Boliath in die Hand und bei diesem Mann funktioniert das eigentlich. Er soll mir ja auch einen Rechner bauen und kein Haus. Das funktioniert dann auch ohne nasse Wände und ohne sonstige Problematiken, ne? Wie es so ist, wie es so ist. Ja, das mache ich mal, ne? Ja, bester Mann. Bester Mann auf jeden Fall. Freunde, wie sieht das aus hier mit dem Mount Robber? Es wird mal langsam an der Zeit, das gibt es doch nicht. Immer noch keins. Also der lässt uns hier ziemlich hängen aus auch der tiefen Fuhlboss, ne? Wir nähren uns, glaube ich, langsam auch schon den 40 Trice oder so. Trotzdem ein schöner Run. Liebe Leute, Dankeschön für das Mitkommen. Danke, danke. Ich habe schon gedacht, das wäre nur bei mir so, aber generell Legion-Loading-Screens dauern ewig. Ja, da gibt es ja auch viel zu laden, ne? Von Invasion und Klassenhallen und alles so ein Geschisse. Das ist ja Wahnsinn. Wie weit du gucken kannst an der Küste und all so ein Gelöh, das ist ja komplett crazy. So, wir hatten eben Heiler und Tank, heißt, ich kann jetzt eigentlich mit dem DD mitkommen, ne? Komme ich mit dem mit dem Schami, würde ich sagen. Ja, schön den Schaman hier aufnacken. Sehr gut. Ich dachte, Boliath nutzt seine ganz speziellen Fähigkeiten, die er bei der Bundeswehr erlernt hat und findet den Typen, der den ersten im Liefer Nirvana verschwinden hat lassen. So Liam Neeson-Style. Das kann auch sein, aber ich glaube, andersrum ist einfacher. Ich glaube, andersrum ist einfacher. Hätte ich mal mein Haus selber gebaut. Oh. Oh. So sad. So sad. Bloody cruel. Hallöchen. Mitte 30 reicht, um einiges nicht mehr zu kapieren. Ja, aber Freunde, wir müssen hier, sagen wir, hier aber mitkommen, und der schafft auch noch Eona, von daher, hier sind alle geistig jung geblieben, oder? Das ist einfach so. Ja, das ist immer das Problem am Classic Loading Screen. Der ist so schnell, ich kann die Ladescreen-Tipps gar nicht lesen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich im Feuer stehen soll oder nicht. Das ist die Verwirrung, ja. Das ist die Verwirrung. Ach Mann. Erstmal Abo wieder angeworfen. Was los? Unseren Crafty muss man supporten. Das freut mich sehr. Habt nur dich und Onkel Barlow im Abo. Ihr beide seid Beste. Das freut uns beide sehr, muss ich sagen. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank. Ist ja auch September. Ist eigentlich noch September. Nicht, dass ich misserzähle. War ja gar nicht den ganzen Monat, ne. Ihr seht, ich bin wieder informiert. So businessmäßig, wisst ihr, da bin ich immer auf der Höhe. Aber das will ich. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Wir starten unsere heutige, ich schätze, letzte Runde Tiefenfuhl auf einem fliegenden Schwein. Kann nur geil werden. Wenn die da sehen, die Tiefenfuhl-Bosse, dann geben die uns das Mount gleich aus Mitleid. Wann war nochmal dein spontanes Donation-Goal? Ich glaube, vor anderthalb Monaten, oder? Hat sich leider alles ein bisschen gezogen. Hat sich leider alles ein bisschen gezogen, aber ja, steckst du nicht drin. Was soll ich sagen? Ich versuche einfach nicht komplett mad zu sein. Deswegen, Theo, ich versuche einfach das so zu nehmen, wie es kommt. Erste ID-Woche, also zur BFA-Release, waren wir da zu viert mit dem Random drin. Dann hat es der Random-Dude bekommen in der ersten ID überhaupt. Also ich hatte auch, ich glaube am häufigsten, noch häufiger als im Stream, ist High Hoppen gedroppt in Random-Runs für die Weekly oder so Freihafen für den russischen Pally-Heiler. Ja, ich meine, ich gönne das den Kollegen, aber ich hätte es auch gern selber schon gehabt. Das ist so. Das ist einfach so. Niki Frost, Red Eye Beer und Duro, grüße euch. Hallöchen. Hallöchen. Er ist beim Bund und nicht bei der CIA oder FBI. Ah ja, aber Lachos, man hat doch Kontakte. Man hat doch Kontakte. Natürlich, 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 natürlich. Und Syfrax hat das mit dem September auf jeden Fall noch mal ernst genommen. Denkt sich, Mensch, ja, das ist noch. Es ist noch September. Ja, glaubt es mir doch. Syfrax, Dankeschön für die Sub-Bombe. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Und ja, Glückwunsch, ne, an alle, die jetzt geile E-Motes haben und solche Späße. Schön. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich finde das auch schön von oben, by the way, wie man hier so die Unterschiede hat zwischen den Bäumchen, zwischen den Bauten der Zanderlari. Das konkurriert alles so irgendwie mit dem Höhenpegel. Das fällt einem gar nicht so auf. Ich weiß auch gar nicht genau, warum mir das gerade jetzt wieder auffällt. Ich finde, wenn man Richtung Nasenmeer fliegt, so mit diesem Nebel, mit den Schwaden, mit dem Sumpf und so weiter, da fällt es eben auf, wenn dann doch mal ein Baum wieder hinten jetzt raussticht und der Rest ist alles so ein bisschen eine Höhe. Der Rest ist alles wirklich, die haben sich orientiert an den Bäumen. Ja, größer, schöner, breiter. Wir sind die Zanderlari-Junge, das ist Alpha. So ist das bei den Kollegen. So ist das. Basiro, vielen, vielen Dank für deinen Support. Freut mich sehr. Freut mich sehr. Aber war eigentlich ganz gut, dass es keiner von uns bekommen hat. Der Hass wäre sehr groß. Ja, da ist es manchmal besser, dass man einen gemeinsamen Hass hat, statt ein gemeinsames Mount. Ja, dann kann man den Hass auf die eine Person bündeln und so weiter. Wir sind ja im Osten, von daher, wir bündeln das gleich mit der Nationalität und so, klare Sache. Das ist ja ein Klinke in die Hand geben. Ja, klare Sache. Klare Sache. So, Freunde, wir machen unsere nächste Gruppe auf. Ich hoffe, sowohl Tank als auch Heiler sind jetzt noch da, die eben dabei waren. Gruppe Lohl, L-O-H-L, gleich wieder Server übergreifen für die Horde. Einmal offen. Hör mal auf zu boxen, die haben zwei Bäume, du dich mal ein. Genau so. Genau so. Was, Syrax? Also ist Dreaddy-Leinchen da? Ich bin sehr froh, dass er das nicht mit anhören musste, was du wieder schreibst. Aber gute Dreadmasters unterwegs. Ne, da ist, was ist das, Montage oder so? Ich habe noch gar nicht nachgefragt. Ich hoffe, zeitnah kommen schöne Tweets dazu. Haben wir noch Platz in der Gilde für den Zalando-Dude? Na, aber sicher. Platz ist immer in der kleinsten Hütte. Ein paar Plätzchen haben wir auch noch frei. Gerade 35 Leute wieder on. Ich finde das sehr schön, tatsächlich zu sehen. Also ich hatte ja doch dolle Angst, dass so viele an Classic verlieren. Aber gut, am Anfang war es schwierig. Mittlerweile sind viele sogar zurückgekommen. Andere haben jetzt neu mit BFA über Classic angefangen. Wir haben jetzt natürlich abends aktuell durch die Hype und MC und sonst was Wochen, haben wir nicht mehr 100 Leute on, aber immer noch 50, 60 und so. Ist schon eine schöne Sache. Ist anormal genug. Ist anormal genug auf jeden Fall. So, Freunde, wir haben jetzt eine Menge an Heilern. Liebe Leute, das sind sogar ein bisschen zu viele, muss ich sagen. Das sind ein bisschen zu viele. Dann haben wir hier noch zwei schöne DDs dabei. Das ist auch eine super Sache. Und da haben wir unten unseren Tank. Bin mir jetzt nur echt leider nicht mehr sicher, ob das auch derselbe ist von eben. Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, Freunde. Aber ja, Schande auf mich, dass ich mir nicht immer alle Namen merke. Von daher, ja, gehoppt wie gesprungen. Ist ja nicht unser letzter Run. Das ist ja weder der erste noch der letzte Run. Das kriegen wir sonst auch nochmal anders hin. Domi, Keldan, Hallöchen. Grüße, Grüße, Grüße. War doch bei mir dienstags so. Mein erster Zehner Key, mein eigener Key. Königsruhe, fünf Minuten drüber, weil ich irgendwas verkackt habe. Und am Ende zieht der Random Healer das Mount. Ja, genau so ist es eben öfters. In der Gilde noch Platz. Ja, aber geht leider nur auf Ereda. Leider ist die Gilde nur auf Ereda verfügbar. Und es ist trotz Classic Hype und sonstigen Eventualitäten immer noch so, dass ich auch alle paar Tage immer noch inaktive kicken muss. Ja, also wer länger als 20 Tage offline ist, muss damit rechnen rauszufliegen, um Platz für den stetigen Memberflow zu schaffen. Wie viel Platz ist noch? Also Platz ist in der Regel immer. Wenn ihr echt mal on sein solltet und ihr fragt jemanden an wegen Invite und der Mind ist voll, dann eigentlich spätestens einen Tag später habe ich aufgeräumt. Ja, also das mache ich immer noch recht regelmäßig. bin aber noch im falschen Realme Pool, denke ich. Also Ereda ist tatsächlich auch immer noch so voll, da ist nichts mit Verbindung. Meines Wissens nach zumindest nicht. also Ereda ist zumindest, was Gildenaktivität und so angeht, geht auch wirklich nur auf Ereda. Insofern fühlt euch da frei. Ihr könnt auch gerne mit dem Twink reinkommen, ihr könnt gerne reingucken. Ja, ist alles offen, Community, Discord und so, das könnt ihr alles usen. Insofern fühlt euch da gerne frei, mit zu uns zu kommen. Aus welchen Gründen und mit welchem Char auch immer. So, Ereda ist immer noch Solo, jo, siehste, so schnell ist das. Nanakor, dankeschön für dein verlängertes Abo. Vielen, vielen Dank. Warum habe ich da immer noch kein Alert für? Ich habe letztens sogar mal geschaut, ich habe keinen gefunden für Sub-Verlängerung oder wenn man so wechselt, wenn jemand von euch ein Abo geschenkt bekommen hat und dann macht er quasi ein richtiges Hinterher, weil er sich gedacht hat, Mensch, mache ich einfach, ne, ich gönne heftig, was immer sehr schön ist, finde ich irgendwie kein Alert für. Ich bin aber höchstwahrscheinlich und nur zu blöd, deswegen mache ich das demnächst nochmal. Das mache ich einfach demnächst nochmal. Ist viel gut. Hallöchen. Captain Teach, Grüße. Oh, schöne Runs, Leute. Mit Sensen-Drop, ne, nur der Mount-Drop, der ist noch nicht da, aber jetzt Captain Teach, wo du da bist, kommt der bestimmt auch. Da kommt der jetzt bestimmt aus. Geht man eigentlich beim Bärchen Iseras Gabel, level den gerade und habe noch nirgendwo nachgesehen. Ja, ich möchte die Frage gerne an unseren Druiden-Beauftragten Druiden-Gaming weiterleiten oder an Vito, Vito ist ja auch nur du, ne, da möchte ich ungern jetzt meine Hand für ins Feuer legen. Das habe ich nicht alles so auf dem Schirm tatsächlich. Stimmt nicht ganz, es gibt auch eine Ali-Gilde, die wird noch richtig stark werden auf dem Servanmos. Der Versuch ist da, Vito. Ja, der Versuch ist da, auf jeden Fall. Level egal. Ja, generell, wer Lust hat, mit reinzukommen, egal welches Alter, egal welche Rasse und sonst was, alles egal. Wer Lust hat, der kann reingucken und wer keine Lust hat, der kann auch jederzeit wieder rausgucken. Ja, das ist ja ein Kommen und Gehen, zum Glück oft genug auch ein Bleiben, aber wie es eben so ist. Hat er eben auch mal auf Erida eingeloggt, schon lange nicht mehr so viele Chars und O.G. stehen sehen. Ja, WoW ist so total. WoW ist generell tut, also ich fand es jetzt auch ganz witzig, ohne jetzt irgendjemand ans Bein pissen zu wollen. Ihr wisst, das ist nicht mein Ziel, aber ich finde es immer ganz witzig, wie jetzt auch einige Content-Creator-Kollegen so gemeint haben, ach Mensch, hier in Classic und unsere Gilde, da sind abends mal 60 Leute on, Junge, Wahnsinn. Ich denke so, ja, so Crafts Army vorm Classic-Hype in BFA waren teilweise 110 Leute abends on, ne, also kann ich doch nichts dafür, dass ihr eure Communities nicht organisiert bekommen. Wollte ich was drunter schreiben, aber so fies bin ich ja immer nicht. Das war schon ganz schön zu sehen so, wie sich die Leute in Classic über ihre 60-Mann-Aktivität freuen und wir so vorher, Alter, zwei aktive Raid-Gruppen, 3000 Leute, die M-Plus laufen, die andere Hälfte macht PvP und 110 Leute online. Da denke ich immer, ja, gönnt euch eure vollen Classic-Gilden, ne, gönnt euch mies. Muss aber, ein bisschen Schadensfreude gönne ich mir auch mal ab und zu. Ja, auf jeden Fall, ich bin auch manchmal Arschloch, ich sag das nur nicht so. Ich sag das nur nicht so, aber ich seh das natürlich. Ich seh das. Ich soll dich von Rocktool fragen, wo du sonst noch so reinschaust, du in leere Toilettenpapier rühren und dann denke ich, ich bin Pirat, weißt du? Lär das ja live sein. Beim Eismann gewesen, halbe Strecke fällt es runter, ich hasse die Müdigkeit, lieber level ich einen Elfen als der Scheiß. Müde sein ist halt einfach kacke, ne, also auch wenn man so bei Sachen müde ist, wo man eigentlich Bock drauf hat, sei es ein Ausflug in den Freizeitpark, sei es irgendeine Feier oder so und du bist müde, ist alles scheiße, ja, ist alles scheiße. Dann denken die Leute, du hast keinen Bock, obwohl du mega Bock hast und ne, müde ist einfach doof. Müde ist einfach richtig, richtig doof. Da müssen wir uns mal einfach drauf einigen. Die Alerts funktionieren nur auf dem neuen PC. Danke. Danke. Ach man. Bestimmt macht man das Selfie best. Selfie ist generell natürlich eine ganz gute Sache, sowohl das Selfie, das Selfie als auch der Selfie, das ist beides immer gern gesehen, natürlich. Gerne, gerne. Wer will denn freiwillig Ali raiden? Man findet kaum Leute, um irgendwas zu schaffen. Ja, das kennen wir ja von unseren Antorus-Runs schon. Da muss man schon sehr speziell in der Allianz verankert sein mit Gilde und Co. Dann funktioniert das ansonsten sehr traurig, Harry. Sehr, sehr traurig. Auf jeden Fall. Ein Craft, der muss schon bei Horde sein. Ja, okay. Das sind so die Feinheiten dann wieder. Das Kleingedruckte im Vertrag von wegen Horde, Allianz und so weiter. Hauptsache Allianz versichert war das früher immer. Na, das hat sich auch alles gedreht und gewendet. Dagda, hallöchen. Grüße. Level 1 Gnom Tauchenfußball kann auch mit rein. Genau so. Das ist der Lifestyle bei uns. Das ist der Lifestyle. Das auch, der gute Deal. Dragon Melody. Vielen, vielen Dank für deinen Sub und deinen Support. Freut mich sehr. Danke, danke, danke. Ja, der Subtember. Ich finde das super, wie die das gemacht haben. Ich finde Subtember als solches auch wirklich rein Marketing-mäßig. Und dann jetzt noch dieses Jahr ja in Verbindung mit Subway. So, also Doppel-Subtember finde ich wahnsinnig gut. Also Marketing läuft bei denen. Ich meine, es ist jetzt auch keine so superbrillante Meisterleistung. Ich sage mal, da kann man drauf kommen. Ja, aber schon nice, Alter. Schon nice. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, ich muss ein bisschen gucken, wo ich lang renne. Ansonsten bin ich gleich der DD, der ist der Gruppe wieder versaut hier mit Ninja-Puls. Aber lief noch ganz gut. Als Bärchen spielst du eher weniger mit Isera, sondern eher mit dem Wildheits-Affinitätsgelöt wegen mehr Movement. Außer du hast keine guten Heiler dann Isera. Ja, gut, aber Movement sollte man halt nicht unterschätzen. Gerade als Bärchen natürlich. Ja, ist das gern gesehen. Anstacheln, das Gebrüll noch drüber und danach noch schön flitzi-flitzi. Ja, sehr gute Sache. Sind wir wieder bei LOL, sind wir wieder bei Lulu. So schnell kann es gehen vorne. So schnell kann es gehen. Lange heimlich konsumiert. Jetzt mal Honorier. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr zusammen. Heute erst habe ich einen Artikel gelesen, in dem gesagt wurde, dass wenn man WoW-Raid-Lead war, das in den Lebenslauf schreiben soll für Teamfähigkeit. Also ich bin auch so. Ich meine, ich habe jetzt länger auch keinen Lebenslauf mehr geschrieben. Aber wenn ich es tun würde, ich würde das auch alles verpacken. So Teamfähigkeit, ne. Je nachdem, wenn ich mich an den EONAR-Try, den einen Tag erinnere, auf Ali-Seite schreibe ich rein, Arbeit mit Behinderten, ja. Oder sowas wie Teamfähigkeit. Ich habe regelmäßig, wöchentlich über 20 Leute in gemeinsamen Aktivitäten organisiert. Und so. Das kann man ja alles umschreiben. Man muss ja nicht schreiben, ich bin Raid-Lead, aber so auf das Menschliche bezogen, auf die Organisation, auf die Zusammenarbeit oder so. Das ist ja einwandfrei. Das würde ich auch machen, auf jeden Fall. Ich esse mal mein Eis, ich schaue morgen länger rein. Ja, mein Guter, kein Problem, keine Zeit mehr. Ja, so ist es manchmal. Ich danke trotzdem, dass du kurz reingeschaut hast. Hab noch einen schönen Tag. Hab noch einen schönen Tag. Darauf kommen, ja, aber auch umsetzen muss man es können. Das ist das nächste Ding. Na ja, Theorie und Praxis. Uh, das ist nicht schön. Das ist immer nicht schön. So, können wir mal KR hier mit reinzimmern. Na, aber hallo. Na, aber hallo. So, gleich mal Laser mit drüber, Eilert, zack, zack, Schmuck mit rein, Totem steht, Sturmschlagprox, bitte. Oh, guck mal hier, die Sturmschlagprox, das ist schön. Ist denn schon wieder Weihnachten, oder? Ach, das ist toll. Das ist wirklich toll. Hardcore Louis, danke schön für dein Abo. Freut mich sehr. Freut mich sehr. Ich glaube, ich mache meine dicke Eule wieder zu einem Bärchen. Hab früher immer Dudutanks als Firstfink gehabt, neben einem Hexer. Das machte schon Laune. Ja, warum auch nicht? Gönn dir mies. Gönn dir mies. An alle, die denken, dass BFA, beziehungsweise Retail, mehr lebt als vor Classic. Die Layer werden jetzt vermehrt für Classic gebraucht. Denk mal drüber nach. Ja, ist nicht alles Gold, was glänzt. In beiden nicht. In beiden nicht, natürlich. Por Dallcraft, aber wir haben eigentlich Void-Temper. Und nächsten Monat Inktober. Und dann, was für ein Ding? Nano-Vrimo. Und dann, und dann, Gottes Willen, so viel zu tun, überhaupt keine Zeit. WoW verschlingt mein Leben, besonders da ein alter Freund wieder zurück ist. Dieses Timing, jetzt auch durch Classic bestimmen. Crazy. Crazy. Ach, es sind die Schultern. Das sieht doch sogar vom Icon aus wie ein Mount. Jetzt wollten sie, der Mini-Herzinfarkt war da. Der Mini-Herzinfarkt war wirklich da, aber immerhin Mock. Och, und dann steht da auch noch Monstrosität. Och, das war böse jetzt. Das war wirklich böse jetzt, Freunde. Danke für den Run. Danke für den Run. Ach, Mann. Einfach irgendeinen im Raid drohen, dass er gekickt wird, wenn er einem keinen Arbeitsplatz beschafft. Ja, wir hatten ja auch mal jemanden, der meinte, er raided mit seinem Lehrer, ne? Huh, das finde ich auch schwierig. Das finde ich auch wirklich schwierig. Mir fällt gerade erst auf, dass er schon wieder Donnerstag ist. Geil, oh, nur noch morgen. Bisschen abhimmeln. Dann ist Wochenende. Yay, Wochenende. Schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Was war jetzt? Was war jetzt los? Mephistos, hallöchen. Miss Nightfall, Dream. Was ist passiert? Was habe ich jetzt verpasst? Was habe ich überlesen? Äh, 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 äh. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich bin mir gar nicht sicher. Kaligan hatte auf jeden Fall noch was. Ich habe ein Video gesehen, wo jemand gesagt hat, dass WoW Classic der Untergang von Retail sein wird, weil alle anderen MMORPGs, die abgeschaltet wurden, am Ende ein Classic-Server hatten. Was hältst du davon? Nö, ich denke nur, dass Blizzard keinen Bock mehr hat, ständig ist rumgeheule und Privatserver gelöht und hin und her zu haben und, äh, dass die, die die ganze Zeit WoW hat sich zu doll verändert, schreien, dass sie jetzt die Fresse halten können mit dem Classic-Server, ne? Also da sehe ich eigentlich kein Ende. Ich glaube, das hat vielmehr gezeigt, dass es ein neuer Aufschwung ist und, äh, mal sehen, wie sie jetzt weitermachen damit, ne? Also ein Ende sehe ich deswegen aktuell in keinster Art und Weise und denke, dass das so oder so auch ohne Classic-Server, ob ohne oder mit, ja, in keinster Weise irgendwie argumentativ äh, sinnig zusammenzuführen ist. Ich denke eher, die BlizzCon, ich hoffe eher, die BlizzCon dieses Jahr wird explosiver als nahezu jemals zuvor, ne? Man darf gespannt sein. Man darf gespannt sein. Willst du mir etwas sagen, dass Lehrer ein Privatleben haben? Was? Dachte die Wachen auf, sobald die Schüler da sind und dann schlafen die danach ein? Das kann auch sein. Das kann auch wirklich sein. Freunde, Harry schreibt gerade schon, er hat gleich Raid, er ist schon mal weg und ich auch, Freunde. Ich habe auch gleich Raid. Ich bin auch weg. Great Blizzkin, Hallöchen, willkommen in der Abmoderation. Geil. Ich habe höchstens mal die Tochter meines Lehrers geradet. Sie verstehen. Du Schlingel, Knolde. Du Schlingelinger. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Nö, ist nicht so. Hab ein Zuhause. Aber Videoausnahmen bestätigen ja auch die Regeln. Das wissen wir. Ja, wir sehen uns morgen bei Area 51. Jawohl. Geil, ne? Geil. Freunde, ich danke euch. Ich danke euch fürs Reinschauen. Miss Nightfall erklärt gerade noch kurz, was sie da eben alles geschrieben hat. Void Chamber ist ein Artist-Ding. Da werden Weovechas im Void-Thema gezeichnet. Okay, cool. Inktober heißt nichts anderes, als den ganzen Oktober lang Zeichnungen zu inken. Also mit Tinte, ne? Und der Nanowrimo ist ja November, wo man eine Novelle mit 50.000 Wörtern schreiben soll. Wow. Also die Künstler-Community ist manchmal eine merkwürdige, aber vor allem eine kreative. Das muss man, muss man sagen. Krass. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Freunde, dankeschön fürs Dabeisein. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, fürs Supporten, fürs Followen, Subben, Subbomben, Resubben, Schieren, Donaten, Alter, alles, was geht. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wir hören uns morgen. Wir hören uns morgen abends eventuell auch nochmal bei CIVINIO, ne? Bin ich mit in der WoW-Nacht als Gast dabei, wer das auf dem Schirm haben möchte. Und ja, in diesem Sinne, ne? Danke euch, habt noch einen schönen Abend und ja, bis denn dann, ne? Haut rein. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020